Microsoft Excel. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Aber ganz egal wie man zu Excel steht, ist das Programm gerade im beruflichen Umfeld allgegenwärtig. Mit Excel kann man eben auch einfach sehr viele verschiedene Dinge lösen und dateneffizient verwalten. In diesem Video gebe ich dir eine ganz grundlegende Einführung in Microsoft Excel. Dabei fangen wir wirklich mit den Grundlagen an, es sind also absolut keine Vorkenntnisse notwendig. In der Beschreibung findest du außerdem Links zu den verwendeten Dateien und kannst diese herunterladen und selbst mitarbeiten und lernen. Wir haben einiges vor uns, deswegen soll diese kurze Begrüßung und Einführung reichen. Wir beginnen direkt mit der Praxis. Bevor ich Excel überhaupt verwenden kann, muss ich das Programm natürlich öffnen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel hier direkt auf meinem Desktop eine Verknüpfung zum Programm Excel. Es kann aber sein, dass diese Verknüpfung so nicht existiert und dann gehe ich zum Beispiel über das Startmenü in Windows 10 und kann hier einfach nach unten scrollen, bis ich zum Buchstaben E komme und unter diesem wird dann, wenn die Software installiert ist, Excel angezeigt. Genauso kann ich aber auch die Suche in Windows verwenden, indem ich hier in das Suchfeld einfach Excel eingebe und auch dann wird mir die App direkt vorgeschlagen und ich kann sie mit einem Klick oder hier mit dem Button öffnen einfach starten. Es gibt aber auch, vor allem wenn man Excel häufig verwendet, noch die Möglichkeit, einen weiteren Shortcut zu erstellen, indem wir das Ganze an unsere Taskleiste anheften. Das kann ich entweder hier direkt machen, da habe ich direkt den Punkt an Taskleiste anheften. Ich kann aber auch, wenn ich einfach im Startmenü in meiner Programmliste bin, auf dem entsprechenden Programm einen Rechtsklick machen und dann unter Mehr an Taskleiste anheften auswählen. Sobald ich das mache, sehe ich, dass wir hier unten ein weiteres Icon in unserer Taskleiste bekommen haben, das wir dann benutzen können, um Microsoft Excel zu starten. Fassen wir also nochmal zusammen. Ich kann entweder über eine Verknüpfung auf dem Desktop mit einem Doppelklick mein Programm starten. Ich kann über das Startmenü gehen in der Programmliste unter dem entsprechenden Buchstaben mein gewünschtes Programm finden. Ich kann die Windows Textsuche verwenden, um das entsprechende Programm zu finden und zu starten oder schließlich kann ich, wenn ein Shortcut an meine Taskleiste hier unten angeheftet ist, ich einfach dieses Icon anklicken und dementsprechend in meinem Fall Microsoft Excel öffnen und mit dem Verwenden der Software beginnen. Je nachdem, welche Version von Microsoft Excel verwendet wird, kann es sein, dass der Startbildschirm, der beim Öffnen des Programms zunächst erscheint, ein bisschen anders aussieht. In meinem Fall hier haben wir die aktuelle Version von Microsoft 365, wie die ganze Software Suite von Microsoft Office mittlerweile heißt. In dieser Version sehen wir, dass wir hier einfach die Startseite haben. Wir haben außerdem noch die Punkte Neu und Öffnen in der linken Spalte. Unten ein paar andere Optionen wie Konto, Feedback oder Optionen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine neue leere Arbeitsmappe zu erstellen oder uns ein paar Tutorials anzusehen. Darunter hätten wir, wenn wir Excel schon verwendet haben, unsere zuletzt verwendeten Arbeitsmappen. Unter dem Punkt Angeheftet finden wir Arbeitsmappen, die wir uns gepinnt haben, sodass wir ständig darauf zugreifen können. Und dann haben wir noch Arbeitsmappen, die auf irgendeine Art und Weise mit uns geteilt worden sind. Also die nicht wir selbst erstellt haben, aber die wir hier öffnen oder bearbeiten können. Wie gesagt, ist es durchaus möglich, dass dieser Startscreen beim Öffnen des Programms ein bisschen anders aussieht. Es kann sein, dass einfach direkt eine leere Arbeitsmappe geöffnet wird. Das war in älteren Versionen häufig so. Dann hätte man also einfach diese Ansicht direkt beim Starten des Programms mit einer neuen leeren Arbeitsmappe. Genauso kann es sein, dass wenn wir Excel öffnen, dass wir die Ansicht haben, die wir im jetzigen Startbildschirm unter neu bekommen. Dass wir also die Möglichkeit haben, eine neue leere Arbeitsmappe zu erstellen oder direkt darunter hier verschiedene andere Möglichkeiten für bestimmte Vorlagen haben. Zum Beispiel für eine Budgettabelle oder Monatskalender. Wie gesagt, das Layout des Startscreens kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welche Version von Excel verwendet wird. Die zugrunde liegenden Funktionen, die Dinge, für die wir Excel benutzen, sind allerdings seit vielen, vielen Jahren immer gleich geblieben. Und selbst wenn es vielleicht beim Layout mal ein paar Unterschiede gibt und ein Button vielleicht ein bisschen anders aussieht oder an einer etwas anderen Stelle ist, gerade auch wenn man zum Beispiel zwischen Windows und Mac, also Apple Computern vergleicht, sind die grundlegenden Funktionen, die wir in diesem Kurs besprechen werden, eigentlich immer gleich und über Jahre immer gleich geblieben. Daher sollte man sich nicht irritieren lassen, wenn das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussieht, wenn man das Programm einfach öffnet. Wir werden jetzt damit beginnen, dass wir mit einer leeren Arbeitsmappe arbeiten und uns auch dort einmal anschauen, was für Optionen wir haben und wie das Interface, wie die Oberfläche von Microsoft Excel aussieht, mit der wir dann arbeiten können. Nachdem wir jetzt schon den Start- oder Begrüßungsbildschirm von Excel kennengelernt haben, wollen wir uns kurz die Oberfläche in einer Excel-Arbeitsmappe zusammen ansehen. Und dazu werde ich einfach aus dem Startbildschirm hier direkt eine neue leere Arbeitsmappe öffnen. Indem ich hier einen Doppelklick drauf mache und dann wird das Ganze für mich neu erstellt. Ich habe also eine völlig leere Arbeitsmappe, mit der ich in Excel arbeiten kann. Und bevor wir mit dem eigentlichen Bearbeiten beginnen, möchten wir uns kurz die Oberfläche anschauen und lernen, welche Teile der Software Bivo finden und sehen, was wir hier überhaupt im Bild haben. Wir beginnen dabei ganz oben. Hier haben wir so eine Leiste für Schnellfunktionen. Da habe ich zum einen die Option für automatisches Speichern, die ich hier auswählen kann. Und sobald ich das mache, kann ich festlegen, dass das Ganze zum Beispiel in eine OneDrive Cloud gespeichert wird. In meinem Fall wäre das hier einfach mal eine persönliche Cloud. Das kann man allerdings dann konfigurieren, wie man das möchte. Ich schließe das jetzt nochmal und deaktiviere das automatische Speichern. Ich habe hier außerdem einen Shortcut oder einen Schnellbutton für Speichern an sich. Ich sehe dabei auch den Tastaturshortcut, wenn ich darüber hovere, nämlich STRG und S. Ich habe hier, wie in vielen ähnlichen Programmen auch häufig benutzt, die Optionen für rückgängig und wiederherstellen, wenn ich also etwas gemacht habe und das rückgängig machen möchte oder eben das Ganze in die andere Richtung. Dann habe ich hier jetzt aktuell noch die Möglichkeit zwischen Touch- und Mausbetrieb umzustellen. Das muss nicht unbedingt hier angezeigt werden. Ich kann das Ganze einfach mal testen, wenn ich hier auf das Dropdown klicke. Dann kann ich, wenn ich zum Beispiel ein Bildschirm mit Touch-Display habe, hier die Fingereingabe auswählen. Sobald ich das mache, sehen wir, dass einfach alle Buttons ein bisschen größer werden und wir ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Knöpfen haben. Das ist einfach dazu gedacht, dass man mit der Bedienung mit dem Finger eben nicht so präzise wie mit einer Maus ist und das Ganze dann besser bedienen kann. Ich benutze hier ja meine Maus und Tastatur ganz normal und stelle dementsprechend mal wieder zurück auf den normalen Mausmodus. Dann passt sich meine Ansicht auch direkt wieder an. Daneben habe ich noch dieses Dropdown und damit kann ich diese Schnellleiste hier anpassen. Indem ich hier einfach draufklicke, dann sehe ich, dass ich hier verschiedenste Möglichkeiten habe, was ich mir zu dieser Leiste noch hinzufügen kann. Je nachdem, wie man selbst gerne arbeitet, macht es Sinn, hier verschiedene Dinge noch dazu zu packen. Zum Beispiel vielleicht Seitenansicht und Drucken oder Rechtschreibung oder ähnliches. Genauso kann ich auch Dinge, die ich nicht brauche, wie zum Beispiel in meinem Fall den Touch- und Mausmodus, hier wieder entfernen. Indem ich hier einmal draufklicke, dann sehe ich, dieses Symbol wurde jetzt aus meiner Schnellleiste hier entfernt. Daneben habe ich noch die Möglichkeit zu suchen, darauf werden wir aber dann später genauer zu sprechen kommen. Auf der rechten Seite habe ich einfach nur mein Konto und die üblichen Funktionen, wie das Fenster schließen, minimieren, kleiner machen etc. Unter dieser ganz oberen Leiste habe ich jetzt die wahrscheinlich wichtigste Beginnfläche in Excel und das ist unser Menüband. Dieses Menüband ist eigentlich in quasi allen Office-Anwendungen so enthalten. Das bedeutet, jemand, der zum Beispiel schon mal mit Word oder PowerPoint gearbeitet hat, der kennt dieses Menüband sicher in irgendeiner Form. Hier habe ich einfach in verschiedenen Tabs ganz, ganz viele Funktionen, die natürlich von Programm zu Programm unterschiedlich sind. In Excel hier habe ich natürlich andere Dinge, wie zum Beispiel in Word oder in PowerPoint, die speziell für diese Anwendung gedacht sind. Über die einzelnen Punkte wollen wir jetzt hier gar nicht im Detail sprechen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir hier mit unserem Menüband alle Funktionen, die wir brauchen, eigentlich erreichen können. Wir haben zum Beispiel hier den Reiter Start, wo ganz allgemeine Dinge sind, wie Schriftart, Schriftgröße, die Ausrichtung. Wir können das Ganze etwas formatieren. Bei Einfügen haben wir dann andere Optionen und ich kann verschiedene Dinge zu meiner Tabelle hinzufügen, zum Beispiel Linien oder Säulen, die Diagramme. Ich kann Filter hinzufügen, Links, Kommentare etc. Und so haben wir hier eben verschiedene Dinge wie Seitenlayout, Formeln, ein ganz, ganz wichtiger Part von Excel ja und viele verschiedene andere Dinge. Ich würde jeden dazu ermutigen, einfach mal ein bisschen durch die verschiedenen Reiter hier zu klicken und zu sehen, was wir hier haben. Mein Menüband ist im Moment so konfiguriert, wie das bei einer ganz frischen Excel-Installation der Fall ist. Es kann sein, dass ihr hier noch weitere Reiter habt, die bei mir aktuell nicht angezeigt werden, zum Beispiel das Entwickler-Tab. Ein kleiner Shortcut vielleicht noch für Personen, die mit einem kleineren Bildschirm arbeiten, denn dann kann es sein, dass man sich denkt, okay, dieses Menüband nimmt mir einfach gerade ein bisschen zu viel Platz weg. Das kann man lösen, indem man es einfach versteckt. Entweder mit diesem kleinen Dreieck, hier ganz rechts unten. Alternativ dazu kann ich aber einfach auch auf den Reiter, wo ich gerade bin, zum Beispiel in meinem Fall Start, einen Doppelklick machen. Sobald ich das mache, sehe ich, dass mein Menüband hier verschwunden ist. Ich kann es jetzt wiederbekommen, indem ich zum Beispiel auf Start klicke und dann sehe ich mein Menüband, das sozusagen über meiner Tabelle ist, sodass ich hier unterhalb meiner Tabelle mich bewegen kann und mit einem Klick auf Start das Ganze wieder verstecken. Oder ich kann einfach wieder auf einen Reiter, zum Beispiel Formeln, einen Doppelklick machen und dann kommt mein Menüband wieder komplett für mich zurück. Das nur als Hinweis, also auch, falls ihr hier kein Menüband seht, wenn das Ganze so zum Beispiel bei euch aussieht, könnt ihr einfach auf einen beliebigen Reiter eigentlich einen Doppelklick machen und euer Menüband wird wieder eingeblendet. Unter dem Menüband haben wir dann unsere Bearbeitungsleiste. Diese ist sehr wichtig, denn da werden wir zum Beispiel später auch unsere ganzen Formeln für Excel kreieren. Wir haben hier eigentlich verschiedene Bereiche. Wir haben die Feldauswahl, das steht im Moment auf A1, da dieses Feld A und 1 hier unten in der Tabelle auch ausgewählt ist. Wenn ich ein anderes Feld auswähle, zum Beispiel E8, wird das hier entsprechend angepasst. Und dann habe ich daneben das eigentliche Eingabefeld für meine Formel. Wie das Ganze funktioniert, werden wir natürlich genauestens besprechen, wenn wir die Formel an sich auch verwenden. Dieses Eingabefeld ist im Normalfall immer eingeblendet. Aber auch das können wir, wenn wir sagen, wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz und brauchen die Eingabe hier gar nicht natürlich ausblenden. Dazu klicke ich einfach in meinem Menüband auf den Tab Ansicht oder den Reiter Ansicht und kann dann dort, wenn ich ganz normal in meiner Tabelle nichts Besonderes ausgewählt habe, in dem Bereich Anzeigen, verschiedene Dinge aktivieren oder nicht. Und hier haben wir eben diese Bearbeitungsleiste und wenn ich hier das Häkchen entferne, dann sehen wir, dass die Leiste verschwindet. Genauso kann ich sie natürlich auch wieder bekommen, wenn sie in meinem Programm im Moment nicht angezeigt wird. Ich gehe einfach in den Reiter Ansicht, setze das Häkchen bei Bearbeitungsleiste und dann sehe ich, dass wir meine Leiste hier wieder haben und ich jetzt hier wieder meine Formeln ganz normal eingeben kann. Unter der Bearbeitungsleiste habe ich dann meine eigentliche Tabelle, in der ich meine ganzen Daten, Schaubilder, Bilder und was wir alles in Excel verwenden können, eben dann auch eintragen kann. Darüber werden wir natürlich noch ganz genau sprechen, wenn wir mit dem eigentlichen Arbeiten mit Excel beginnen und unsere ersten kleinen richtigen Arbeitsmappen erstellen. Unter der Arbeitsmappe ist der zweite Teil der eigentlichen Excel-Oberfläche mit den Funktionen und das ist unsere Statusbar, ganz hier am unteren Rand. Diese sieht erst einmal relativ unspektakulär aus und wird daher oft übersehen. Später, wenn wir wirklich mit Excel arbeiten, können wir hier allerdings einige interessante Informationen finden. Wenn ich hier unten auf der Statusleiste einfach mal einen Rechtsklick mache, dann sehe ich, dass hier ganz, ganz viele verschiedene Dinge eigentlich drin sind und diese werden wir später, wenn wir dann wirklich arbeiten, auch hier unten drin sehen. Auf der rechten Seite habe ich hier noch drei Buttons bzw. noch einen Regler und das bezieht sich darauf, dass ich eben meine Ansicht umschalten kann. Wenn ich ganz normal einfach auf eine Zelle in meiner Tabelle klicke, dann kann ich hier zwischen der normalen Ansicht, dem Seitenlayout und der Vorschau für Umbreche umschalten. Außerdem kann ich mit diesem Regler hier ganz einfach den Zoom meiner Arbeitsmappe verstellen, indem ich das Ganze vergrößere oder verkleinere. Diese Ansichtsbuttons finden wir allerdings auch ganz oben in unserem Reiter Ansicht. Wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich genau das. Normal, Umbruch, Vorschau und Seitenlayout unter dem Punkt Arbeitsmappen ansichten und hier habe ich natürlich auch den Zoom, den ich auch hier verändern kann. Ist aber auch hier unten in unserer Statusleiste mit enthalten. Wir haben also eigentlich zwei hauptsächliche Bereiche in unserem Excel-Programm, in unserer Excel-Oberfläche. Und das ist das eigentliche Excel-Interface, das wir hier oben mit der Schnellzugriffleiste, dem Menüband und unserer Bearbeitungsleiste haben. Zusätzlich dazu kommt unten noch die Statusleiste. Und dann haben wir in der Mitte unsere eigentliche Arbeitsmappe, also unser eigentliches Excel-Dokument, mit dem wir dann später auch arbeiten werden. Wir haben kennengelernt, dass wir hier oben so eine Schnell- oder Shortcutleiste haben, wo wir verschiedene Dinge einfach benutzen können. Wir können diese auch bearbeiten, indem wir über das Dropdown hier Dinge hinzufügen oder entfernen. Dabei müssen wir uns für den Schnellzugriff für unsere Symbolleiste hier oben nicht auf die Befehle beschränken, die wir hier in diesem Dropdown finden. Wir können auch einfach jeden anderen Befehl hier zu unserer Schnellzugriffleiste hinzufügen. Ich kann zum Beispiel mal in den Reiter Formeln gehen und dann sehe ich hier den Befehl Autosumme, was man eigentlich ständig verwendet, wenn man mit Excel arbeitet. Also wäre es doch auch cool, wenn ich diesen Autosummebefehl einfach hier oben in meiner Schnellzugriffleiste hätte. Und das kann ich machen, indem ich einfach auf dem Befehl hier in meinem Menüband einen Rechtsklick mache und dann wähle ich einfach aus zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Sobald ich das mache, sehe ich, ich habe hier oben ein neues Symbol für die Autosumme und kann das jetzt auch hier oben aus meiner Schnellzugriffsleiste einfach auswählen. Unter der Schnellzugriffsleiste habe ich dann mein Menüband mit den ganzen verschiedenen Reitern, das eigentlich, wie gesagt, alle Funktionen von Excel beinhaltet. Das Menüband können wir dabei verstecken und einblenden, indem wir auf die Reiter doppelt klicken. Unter dem Menüband haben wir dann noch unsere Bearbeitungsleiste, die wir eben auch einblenden und ausblenden können. Wichtig, der Hinweis, wenn wir in der Bearbeitungsleiste uns gerade befinden, so wie ich mit meinem Cursor, dann kann ich das Ganze nicht ausblenden. Ich kann allerdings einfach wieder in meine Tabelle klicken, sodass mein Cursor von hier verschwindet und dann kann ich unter dem Tab Ansicht mit dem Häkchen hier bei Bearbeitungsleiste das Ganze aus- und wieder einblenden. Wir haben ja bereits die Excel-Oberfläche kennengelernt, mit allen Menüpunkten und Funktionen hier oben in der Schnellzugriffsleiste, im Menüband und der Bearbeitungsleiste sowie unten unserer Statusleiste. Worüber wir noch nicht im Genauen gesprochen haben, ist die eigentliche Excel-Arbeitsmappe, also die Tabelle, dieses Grid, was wir hier in der Mitte haben und wo wir später unseren eigentlichen Inhalt, den wir mit Excel erstellen, bearbeiten werden. Wir werden das Ganze sehr im Detail kennenlernen, wenn wir unsere ersten richtigen Arbeitsmappen erstellen, wollen hier aber mal einen kleinen Überblick über den Aufbau einer solchen Arbeitsmappe gewinnen. Wir sind im Moment mit einer ganz leeren Arbeitsmappe gestartet. Das bedeutet, wir haben hier einfach nur sogenannte Zellen, die in Reihen und Spalten sortiert sind. Oben haben wir die Spalten notiert mit Buchstaben A, B, C, D und so weiter. Und dann haben wir unsere Reihen, die hier auf der linken Seite notiert sind, mit Zahlen, also einfach von 1 beginnend. Und mit diesen Reihen und Spalten können wir einfach jeder dieser Zellen, also jedem Kästchen hier, einen eindeutigen Namen geben. Das bedeutet hier, ganz oben links, hätten wir die Zelle A1. Hier, wenn ich hinklicke, haben wir zum Beispiel die Zelle F für die Spalte und 6 für die Reihe. Und so können wir später dann auch die Zellen referenzieren und untereinander verknüpfen. Das, was wir hier sehen, also diese Tabelle, ist ein sogenanntes Excel-Arbeitsblatt. Wir haben hier eine Excel-Arbeitsmappe und diese Arbeitsmappe kann mehrere verschiedene Tabellen oder Arbeitsblätter beinhalten. Wir haben im Moment nur ein einziges Excel-Arbeitsblatt in unserer Mappe und das hat den Namen Tabelle 1, wie wir hier unten sehen können. Wir können zu einer Arbeitsmappe aber viele Arbeitsblätter hinzufügen. In früheren Versionen von Excel war die Zahl der zusätzlichen Arbeitsblätter auf insgesamt 255 beschränkt. Mittlerweile ist es aber so, dass man quasi unendliche Arbeitsblätter hinzufügen kann, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo eben der Computer das Ganze nicht mehr mitmacht, wo das Programm langsam wird und es Abstürze gibt. Ich denke aber, für fast jede Anwendung können hier auf jeden Fall ausreichend Arbeitsblätter zu einer einzigen Arbeitsmappe hinzugefügt werden. Um Arbeitsblätter hinzuzufügen, können wir hier unten diesen Plus-Button verwenden, der neben der aktuellen Tabelle 1 hier verfügbar ist. Wenn ich hier einfach auf den Plus-Button klicke, dann wird ein neues Arbeitsblatt hinzugefügt. Standardmäßig sind diese neuen Arbeitsblätter immer so benannt, also Tabelle 1, Tabelle 2 und so weiter. Je nachdem, was wir für Daten in unserer Excel-Arbeitsmappe festhalten oder mit was für Daten wir arbeiten, macht es natürlich Sinn, diese Tabellen oder diese Arbeitsblätter umzubinden. Wir könnten zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine Arbeitsmappe haben, die Daten für verschiedene Wochentage beinhaltet. Dann könnte ich meine erste Tabelle, mein erstes Arbeitsblatt, zum Beispiel nicht Tabelle 1, sondern Montag nennen. Wie benenne ich mein Arbeitsblatt um? Ich kann entweder auf dem Namen hier unten einen Doppelklick machen und dann komme ich in den Bearbeitungsmodus. Alternativ dazu kann ich einen Rechtsklick auf dem entsprechenden Arbeitsblatt machen und dann den Punkt umbenennen im Menü auswählen. Auch wenn ich das mache, kann ich den Text hier bearbeiten und würde in meinem Fall zum Beispiel Montag hier hinschreiben. Tabelle 2 klicke ich doppelt an und füge Dienstag hinzu. Und so kann ich die verschiedenen Arbeitsblätter in meine Excel-Arbeitsmappe benennen, sodass das für die entsprechend enthaltenen Daten auch Sinn macht. Mit dem Plus-Button kann ich dann einfach weitere Tabellen hinzufügen. Ihr seht, dass diese immer hinter der aktuell ausgewählten Tabelle oder hinter dem aktuell ausgewählten Arbeitsblatt hinzufügen. Das bedeutet, ich hätte hier jetzt Montag, dann Tabelle 3, 4 und 5 und dann Dienstag. Die Reihenfolge stimmt so natürlich nicht mehr. Es ist aber auch ganz leicht, die Arbeitsblätter hier unten neu zu sortieren. Dazu kann ich sie nämlich einfach nur per Drag & Drop neu arrangieren. Das bedeutet, ich klicke hier auf Dienstag und halte meine Maustaste gedrückt und dann kann ich das Ganze einfach mit diesem kleinen Dreiecksindikator hier genau da einfügen, wo ich möchte. In meinem Fall natürlich direkt nach Montag. Wenn ich ein Arbeitsblatt löschen möchte, weil ich es nicht mehr benötige, ist natürlich auch das kein Problem. Ich kann einfach das entsprechende Arbeitsblatt auswählen, einen Rechtsklick machen und dann den Punkt löschen auswählen. Und schon ist mein Arbeitsblatt Tabelle 5 hier unten verschwunden. Man kann sich so eine Excel-Arbeitsmappe eigentlich wie eine ganz normale Mappe im Büro vorstellen. Ich habe vielleicht eine Mappe oder einen Ordner, in dem können verschiedene Dokumente sein. Genauso verhält es sich auch mit unserer Excel-Arbeitsmappe. Ich habe zum Beispiel eine Excel-Arbeitsmappe, die Daten zu Umsätzen enthält. Diese Arbeitsmappe mit den Umsätzen enthält jetzt aber verschiedene Arbeitsblätter, wo zum Beispiel verschiedene Monate oder Quartale aufgelistet sind. Das ist also das Funktionsprinzip oder der Aufbau einer Excel-Arbeitsmappe. Wir haben das komplette Dokument, das aus vielen verschiedenen Arbeitsblättern bestehen kann. Das muss es natürlich nicht. Natürlich kann auch eine Arbeitsmappe mit nur einem Arbeitsblatt existieren. In der Praxis ist es allerdings oft so, dass eine Arbeitsmappe eben verschiedene Arbeitsblätter oder Tabellen enthält, zwischen denen man einfach hier unten mit den Reitern hin und her wechseln kann. Ich habe hier nochmal eine komplett leere Arbeitsmappe, die eigentlich gar keinen Inhalt enthält. Wir können aber trotzdem hiermit einfach testen, wie wir eine Arbeitsmappe auf unserem Computer speichern können. Dazu bin ich in der ganz normalen Bearbeitungsansicht meiner Arbeitsmappe und ich habe hier im Menüband neben den ganzen Reitern für die Funktionen wie Start oder Formeln auch den Reit Datei. Und wenn ich hier drauf klicke, dann komme ich wieder zu etwas, das ähnlich wie mein Startbildschirm aussieht. Ich habe hier allerdings auch Optionen, die meine aktuell geöffnete Arbeitsmappe betreffen. Zum Beispiel Informationen, Speichern, Drucken, Freigeben, Exportieren, Veröffentlichen und Schließen. Wir wollen jetzt unsere Arbeitsmappe speichern und dazu habe ich zwei Optionen. Das ist zum einen Speichern und zum anderen Speichern unter. Bei einer neuen leeren Arbeitsmappe, die bis jetzt überhaupt nicht auf meinem Computer gespeichert ist, so wie die Arbeitsmappe, die ich gerade hier offen habe, machen beide diese Optionen eigentlich genau dasselbe. Also auch wenn ich hier auf Speichern klicke, dann sehe ich, dass wir zu Speichern unter weitergeleitet werden. Und hier habe ich verschiedene Dinge zur Verfügung. Ich habe hier zum Beispiel meinen OneDrive Ordner, wo ich das Ganze eben online in der Cloud speichern kann. Wenn ich in meinem Unternehmen oder im Büro jetzt hier auch einen SharePoint Server oder ähnliches hätte, dann würden diese Orte zum Speichern hier eben auch auftauchen und ich könnte das Ganze direkt auf einem Server, auf einem geteilten Server speichern. Darunter habe ich dann noch die anderen Speicherorte, zum Beispiel dieser PC. Ich kann einen anderen Ort hinzufügen oder ich kann das Ganze einfach durchsuchen. Da ich meine Arbeitsmappe jetzt einfach ganz normal auf meinem PC speichern möchte, klicke ich einfach mal auf diese letzte Option, nämlich auf Durchsuchen. Sobald ich das mache, öffnet sich das gewohnte Fenster, wenn man Dateien öffnen oder suchen möchte und ich kann hier einfach einen Speicherort für meine Arbeitsmappe auswählen. Das ist aktuell der Desktop und ich möchte meine Arbeitsmappe auch direkt da einmal speichern. Ich kann dann hier einen Namen für meine Mappe festlegen. Ich könnte das zum Beispiel hier mal meine erste Arbeitsmappe nennen und darunter sehe ich noch den Dateityp. Dieser Dateityp ist standardmäßig Excel Arbeitsmappe. Das wird mir eine Datei mit der Endung xlsx erzeugen. Und das ist der Standarddateityp von Excel in der aktuellen Version. In den Versionen vor 2007, bei eigentlich allen Office-Anwendungen, gab es eine andere Standardendung. Und das war für Excel zum Beispiel xls, also ohne das x hinten dran. Und das ist eigentlich bei allen geläufigen Programmen, also auch zum Beispiel bei Word und bei PowerPoint so. Seit 2007 ist einfach dieses x noch als neue Dateiendung hinzugekommen. In aller Regel ist es mittlerweile so, dass da das Ganze mit 2007 schon eine Weile her ist, überall mit neuen Versionen gearbeitet wird und diese xlsx oder docx für Word-Dateien überall geöffnet werden können. Daher werden wir in diesem Kurs auch einfach mal davon ausgehen. Wir können den Dateityp hier allerdings noch auf viele verschiedene andere Dinge ändern, über die wir uns aktuell aber keine Gedanken machen müssen. Wir wollen in diesem Grundlagenkurs erst einmal mit ganz normalen Excel Arbeitsmappen mit der Endung xlsx arbeiten. Wenn ich dann zufrieden bin, also ich habe meine Datei benannt, ich habe den richtigen Dateityp, nämlich Excel Arbeitsmappe ausgewählt, dann kann ich das Ganze einfach speichern, indem ich hier auf den Button klicke. Das habe ich gemacht. Ich sehe dann auch, ich komme zurück zu meiner Arbeitsmappe und ich sehe oben in meiner Leiste, dass das Ganze jetzt als meine erste Arbeitsmappe auf meinem Computer gespeichert ist. Gehen wir noch mal kurz zurück zur Datei und ich möchte einfach nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Speichern und Speichern unter hier ist. Ich habe jetzt meine Arbeitsmappe gespeichert. Wenn ich jetzt also auf den Speichern-Button klicke, dann wird einfach diese Datei überschrieben. Es kann allerdings sein, ich möchte die jetzt irgendwie umbenennen oder nochmal als zweite Kopie speichern und dann kann ich jetzt den Speichern unter Button verwenden. Denn damit kann ich dann einfach nochmal einen neuen Namen und einen neuen Speicherort angeben und die Arbeitsmappe wird einfach als neue Kopie nochmals für mich gespeichert. Da ich meine Arbeitsmappe jetzt gespeichert habe, kann ich sie auch wieder öffnen. Und auch das kann ich einfach in diesem Dateimenü hier machen, indem ich zum Beispiel hier links auf den Punkt Öffnen gehe. Wenn ich das mache, dann sehe ich zum Beispiel hier direkt, dass mir von heute meine erste Arbeitsmappe angezeigt wird. Genauso wie ich sie hier direkt im Menü auswählen kann, kann ich aber auch hier einfach Durchsuchen auswählen. Wenn ich das mache, dann wird ein Fenster geöffnet, in dem ich auf meinem PC alle Ordner durchsuchen kann und die entsprechende Arbeitsmappe öffnen. Hier zum Beispiel auf dem Desktop meine erste Arbeitsmappe. Ich kann die Arbeitsmappe aber auch einfach direkt öffnen. Das bedeutet, ich schließe Excel jetzt einmal komplett und sehe einfach auf meinem Desktop, wo ich es gespeichert habe, meine erste Arbeitsmappe als Microsoft Excel Arbeitsmappe. Und wenn ich hier einfach einen Doppelklick drauf mache, dann startet Excel und ich bekomme auch hier meine Datei wieder in Excel geöffnet. Im letzten Abschnitt haben wir die Oberfläche von Excel kennengelernt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir tatsächlich mal eine erste richtige Arbeitsmappe erstellen, die wir dann auch mit Daten füllen. Dazu starten wir einfach ganz normal Excel. Ich führe das Programm also aus und ich kann jetzt entweder direkt hier im Startbildschirm eine neue leere Arbeitsmappe auswählen oder, falls die Funktion hier nicht verfügbar sein sollte, klicke ich in meiner linken Spalte einfach auf den Punkt Neu und kann dort zwischen den ganzen verschiedenen Vorlagen auswählen und auch hier einfach mal leere Arbeitsmappe auswählen. Dann wird uns eine ganz einfache, komplett leere neue Arbeitsmappe erstellt. Standardmäßig beginnen wir die Bearbeitung unserer Arbeitsmappe in der Zelle A1, also ganz links oben. Und das ist auch die Zelle, wo man oft mal zum Beispiel einen Titel oder eine Überschrift für diese ganze Arbeitsmappe oder in diesem Fall für dieses Arbeitsblatt, in dem wir uns gerade befinden, nämlich Tabelle 1, eingeben können. Um einmal die grundlegenden Funktionen und verschiedenen Datentypen in Excel kennenzulernen, wollen wir in diesem Abschnitt einen ganz einfachen Budgetplaner oder so eine Art Kostenübersicht für uns selbst erstellen. Dazu werde ich jetzt einfach mal hier in meiner Zelle A1, wenn sie ausgewählt ist, einfach beginnen zu tippen und ich sage hier Kostenplaner. Dann kann ich einfach die Enter-Taste drücken und dann wird meine Überschrift hier so für mich übernommen. Als nächstes möchte ich hier noch kleinere Überschriften machen, zum einen für meine Reihen und zum anderen für meine Spalten hier. Ich möchte hier jetzt in der Spalte 1 nach unten einfach die verschiedenen Posten auflisten, die mich jeden Monat Geld kosten. Das ist zum Beispiel meine Miete, mein Auto und vieles weitere. Wir werden einfach ein paar exemplarische Posten hier aufstellen. Das kann aber jeder für sich selbst auch individuell anpassen. Überschreiben möchte ich diese Spalte dementsprechend mit Kosten. Ich sage hier also einfach Kosten und drücke dann wieder die Enter-Taste, um direkt in die Reihe darunter zu springen. Und hier werde ich jetzt wie gesagt einfach mal ein paar Dinge aufführen. Ich schreibe zum Beispiel Miete, Auto, dann könnte ich zum Beispiel noch sagen Internet kostet mich jeden Monat etwas, Mobilfunk. Und so kann ich einfach verschiedene Dinge hier auflisten, die mich jeden Monat Geld kosten. Vielleicht noch Lebensmittel. Das Ganze kann man im Prinzip unendlich fortführen. Und ich kann hier einfach verschiedene Posten auflisten, für die ich später dann Kosten angeben möchte. Wenn ich alles aufgeführt habe, was mich jeden Monat Geld kostet, dann möchte ich ganz unten noch eine weitere Reihe erstellen. Und das ist sozusagen die Summe dann meiner Kosten. Ich sage hier also einfach mal Gesamt. Um dann in dieser Reihe, also in der Reihe 9 in diesem Fall dann später, jeweils die Gesamtkosten für einen Monat, also die Kosten aus Miete, Auto, Internet, Mobilfunk und Lebensmittel hier unten einfach zu addieren und so einen Überblick zu bekommen, wie viel Geld ich diesen Monat tatsächlich ausgegeben habe. Als Überschriften für meine nächsten Spalten hier, also B, C, D und so weiter, möchte ich jetzt meine verschiedenen Monate angeben. Man könnte das Ganze natürlich auch mit Kalenderwochen machen oder Tagen, je nachdem, wie man das Ganze aufziehen möchte. Wir möchten hier einfach so einen monatlichen Kostenplaner anlegen. Und dementsprechend beginne ich einfach, indem ich hier einmal Januar reinschreibe. Und jetzt drücke ich nicht die Enter-Taste, denn dann komme ich in die Zelle darunter, sondern ich drücke die Tabulator- oder Tab-Taste auf meiner Tastatur. Und dann komme ich in die Zelle rechts daneben. Und kann dort weitermachen, indem ich Februar eingebe, dann März, dann April und das Ganze könnte ich jetzt immer noch so weiterführen, bis ich alle Monate habe, damit unser Projekt jetzt hier nicht so sehr in die Länge gezogen wird und man mir nur ständig beim Tippen zugucken kann, belasten wir es einmal bei den vier Monaten. Auch hier möchte ich jetzt nochmal eine Spalte erstellen mit dem Titel Gesamt. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wir haben ja hier unten schon Gesamt, wo wir die Monatssumme immer haben, für was ist die Spalte hier hinten? Das ist einfach dafür gedacht, dass ich auch dann für das gesamte Jahr oder in meinem Fall für meine vier Monate hier wissen möchte, wie viel die einzelnen Posten über die Monate gesehen waren. Also hier in dieser Zelle, in F4, wäre dann die Miete von Januar bis April addiert. Hier wäre die Miete, beziehungsweise nicht die Miete, sondern die Kosten für mein Auto von Januar bis April addiert. So, dass wir auch hier dann am Ende Summen haben. Jetzt geht es darum, dass wir die eigentlichen Kosten, die uns entstehen, natürlich in unsere Tabelle eintragen. Zusammengefasst möchten wir nochmal sagen, dass wir einfach, indem wir Zellen anklicken und mit unserer Tastatur einfach schreiben, hier Labels oder Text in unsere Zellen schreiben können. Und das ist ein Teil, den wir in Excel immer weiter benutzen würden. Außerdem haben wir hier schon eine relativ geläufige Form von Tabelle erstellt, indem wir Label für unsere jeweiligen Spalten und Reihen haben. Also wir haben hier zum Beispiel die Kosten, dann haben wir die Monate für die Spalten, wir haben hier das Label Miete für diese Reihe, das Label Auto für diese Reihe. Und so haben wir einfach mit Überschriften unsere Tabelle organisiert. Zum anderen haben wir einmal hier unten eine Reihe mit den Gesamtkosten, die sich jeweils aus den Spalten zusammensetzt. Und wir haben hier eine Spalte mit den Gesamtkosten, die sich jeweils aus den Reihen zusammensetzt. So dass wir zum einen unsere monatlichen Gesamtkosten aus allen Posten ermitteln können. Und zum anderen die Gesamtkosten, die ein Posten über mehrere Monate verursacht. Damit das Ganze vervollständigt wird, wollen wir jetzt einfach mal die Kosten für jeden einzelnen Posten in jedem Monat eintragen. Und wir beginnen im Feld B4 mit den Kosten für unsere Miete im Januar. Hier kann ich jetzt genauso, wie ich das mit dem Text gemacht habe, einfach mal damit beginnen, eine Zahl reinzuschreiben. Könnte zum Beispiel sein, die Kosten für die Miete waren 1200 Euro. Ich drücke auf meine Enter-Taste, sodass ich in die nächste Reihe runterspringe. Und dann sehe ich, dass hier schon mal etwas anderes passiert ist, als mit dem Text zuvor. Was genau? Wenn wir uns die Zellen einfach mal Seite bei Seite anschauen, haben wir hier Miete und unsere 1200 Euro. Wir sehen genau, dass bei der Zahl, also bei den 1200, die Zelle einfach anders formatiert ist. Denn wir haben hier das Ganze rechtsbündig. Unser Text, den wir eingeben, ist überall linksbündig. Und das ist so, wie das eigentlich standardmäßig im europäischen Raum ist. Text ist linksbündig, von links nach rechts gelesen. Bei Zahlen ist es in ganz vielen Programmen allerdings genauso, wie hier in Excel auch, dass das Ganze nämlich rechtsbündig ist. Das hat unterschiedliche Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist eigentlich, dass man das Ganze dann nämlich auch mit Dezimalzahlen gut lesen kann. Zum Beispiel könnte ich hier mal eine Dezimalzahl angeben für meine Miete, indem ich sage, das Ganze kostet nicht 1200 Euro im Januar, sondern das kostet 1200 Euro und 22, nur jetzt mal spaßeshalber. Und wenn ich dann mein Auto hier runter angebe, mit monatlichen Kosten von zum Beispiel 200 Euro 34, dann sehen wir, dass unsere Dezimalstellen schön aneinander ausgerichtet sind. Wir haben immer die zwei Dezimalstellen hinten und dann die Zahl, die eigentlich vor dem Komma steht. Wäre das Ganze jetzt linksbündig ausgerichtet wie normaler Text, wir können einfach mal, indem wir klicken und halten, diese beiden Zellen B4 und B5 markieren. Und hier in unserem Menüband unter Start bei Ausrichtung linksbündig auswählen, dann sehen wir, dass jetzt unsere Komma und unsere Dezimalzahlen nicht mehr aneinander ausgerichtet sind. Wenn wir dann hier später viele verschiedene Zahlen drin haben, dann kann es sein, dass unsere Komma wie so eine S-Kurve hier durchgeht und das sieht natürlich nicht gut und nicht übersichtlich aus. Dementsprechend sind die Zahlen, vor allem wenn sie Dezimal sind, eben in Excel in der Regel rechtsbündig, sodass das Ganze sauber aussieht. Wir ändern das jetzt nochmal, dass wir hier ganze Zahlen haben, sagen also 1.200 und 200 für unser Auto, dann sagen wir, unser Internet kostet 50 Euro, für Mobilfunk geben wir 30 Euro aus und die Lebensmittel haben uns im Januar zum Beispiel 480 Euro gekostet, sodass wir jetzt also alle Kosten für Januar eingetragen haben. Das Ganze können wir jetzt für die restlichen vier Monate auch machen. Und ich sage mal, meine Miete bleibt immer gleich, wir sagen also auch im Februar 1.200, dann kommen wir mit der Tabulator-Taste zu März 1.200 und April 1.200. Auch die Gebühren für Internet und Mobilfunk, sagen wir, bleiben gleich. Wir sagen hier also 50, Tabulator 50, Tabulator 50. Ich kann dann auch einfach mit meinen Pfeiltasten in den Zellen navigieren, also einfach links, rechts, oben, unten. Ich gehe zurück zu C7 und beginne auch hier, indem ich sage 30, Tabulator 30, Tabulator 30. Und dann möchte ich einfach für mein Auto und für meine Lebensmittel noch ein bisschen variable Kosten angeben. Da wir für unser Auto, zum Beispiel für unseren Sprit, unterschiedlich viel bezahlen, sagen wir mal im Februar sind wir ziemlich viel gefahren, da haben wir 300 Euro bezahlt. Im März war es etwas weniger mit 180 und im April waren wir bei 220 Euro. Für unsere Lebensmittel bewegen wir uns auch in einem relativ engen Rahmen. Wir sagen hier 460 für den Februar, wir sagen 500 für März und 510 für April. Und wir haben jetzt also alle unsere Kosten für Januar bis April für unsere verschiedenen Posten, die wir uns hier ausgedacht haben, eingetragen. Nochmal zur Wiederholung, das Ganze sind in diesem Fall Zahlen. Das erkennen wir in Excel daran, dass das rechts ausgerichtet wird und sich so vom ganz normalen Text, den wir in unseren Labels, in unseren Überschriften haben, deutlich absetzt. Das ist nicht nur so für das Visuelle und die Übersicht sehr gut, sondern wir haben hier tatsächlich auch verschiedene Datentypen, mit denen wir in Excel arbeiten. Das ist sehr wichtig, denn wir werden jetzt in den nächsten Schritten dann auch in diesem Abschnitt, wenn wir unseren Kostenplaner vervollständigen und auch unsere Gesamtkosten dann ausrechnen möchten, natürlich diese Zahlen, die wir hier reingeschrieben haben, verwenden, um verschiedene mathematische Optionen durchzuführen oder Operationen durchzuführen. Damit Excel dann genau erkennt, dass wir das hier mit Zahlen machen und nicht irgendwie einen Text drin haben, der dann in einer Summe zum Beispiel keinen Sinn mehr macht, sind das, wie gesagt, unterschiedliche Datentypen und das erkennen wir bei unseren Zahlen ganz schön immer daran, dass sie eben rechtsbündig ausgerichtet werden im Vergleich zum Text. Bevor wir jetzt damit beginnen, unsere ersten Kalkulationen in unserer Tabelle zu machen und unsere Gesamtsummen auszurechnen, möchten wir nach dem Text und den Zahlen noch einen weiteren wichtigen und interessanten Datentypen in Microsoft Excel kennenlernen. Und das ist das Datum. Wir haben ja hier oben schon die Überschriften für unsere Spalten B bis E mit Januar, Februar, März und April. Bis jetzt ist das aber einfach nur ganz normaler Text. Wir können in Excel aber auch Datum als Datentyp für die Zellen verwenden. Wie das funktioniert, wollen wir uns in diesem Video zusammen anschauen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze hier für Jahre organisieren. Und dementsprechend möchte ich, dass hier nicht in meiner Spalte B bei Januar nur einfach Januar steht, sondern vielleicht Januar 2020. Dementsprechend mache ich einfach einen Doppelklick in meine Zelle B3 und dann ein Leerzeichen Januar 2020. Und wenn ich jetzt Enter oder die Tabulator-Taste drücke, um das Ganze so zu speichern und meine Zelle zu verlassen, dann werden zwei Dinge passieren. Und wir schauen mal, was das genau ist. Ich drücke also die Enter-Taste und wir sehen, dass hier zwei Dinge passiert sind. Zum einen ist meine Zelle B3 jetzt auch rechtsbündig auf einmal. Das bedeutet, das Ganze steht nicht mehr wie zum Beispiel Februar hier links am Rand meiner Zelle, sondern das Ganze steht rechts. Außerdem ist hier offensichtlich etwas für mich verändert worden. Denn hier steht nicht Januar 2020 drin, so wie ich das gerade geschrieben habe, sondern einfach nur Jan 20. Also der Monat wurde einfach abgekürzt und auch die Jahreszahl wurde einfach auf den Teil hinter dem 2000 reduziert, sodass wir einfach nur Jan 20 haben. Das ist an sich einmal nicht falsch, aber irgendwie nicht ganz genau das, wie ich das da drin stehen haben wollte. Und noch interessanter wird es, wenn wir hier oben in unserer Bearbeitungsleiste schauen, wo wir ja unsere Zelle haben und den Inhalt, denn hier steht jetzt etwas ganz anderes. Hier steht 01.01.2020. Also hier haben wir ein komplettes Datum. Und dieses Datum sehe ich auch, wenn ich hier auf meine Zelle wieder einen Doppelklick mache. Ich kann das Ganze dann bearbeiten und hier steht 01.01.2020. Aber auch hier, wenn ich die Enter-Taste drücke, wechselt das Ganze wieder zurück auf Jan 20. Dieser Datentyp, diese Zelle, ist jetzt ein Datum. Das bedeutet, wir haben nicht mehr, wie in allen anderen Zellen, zum Beispiel hier bei 1200 oder hier bei dem Textkosten, diesen Datentyp Standard, den wir hier sehen. Ich wähle also eine Zelle aus. Im Menüband unter Start sehe ich bei Zahl hier Standard, auch bei meinen 1200 steht hier Standard, sondern wenn ich hier auf mein neues Datum, Jan 20, klicke, dann sehe ich, dass wir hier ein benutzerdefiniertes Zahlenformat haben. Dieses Zahlenformat wird von Excel jetzt erst einmal so automatisch festgelegt als Jan 20. Das kann je nach Region, von der aus man Excel benutzt, etwas anders aussehen. Man kann das Ganze allerdings auch einfach ändern und das wollen wir uns in diesem Video jetzt direkt noch zusammen anschauen, denn ich hätte gern, dass genauso, wie ich das eigentlich geschrieben habe, hier Januar 2020 drin steht und nicht diese Abkürzung Jan 20. Wie kann ich das machen? Ich wähle also meine Zelle aus, B3 in meinem Fall, und klicke dann hier bei Benutzerdefiniert in dem Reiter Start, im Menüband unter dem Abschnitt Zahl auf das Dropdown. Hier kann ich dann verschiedene Dinge auswählen. Wir sehen zum Beispiel schon Standard, Zahlenformat, Währung, Datum kurz, Datum lang, aber auch diese sind nicht, was ich haben möchte. Ich möchte hier einfach nur den ausgeschriebenen Monat und die ausgeschriebene Jahreszahl. Wenn wir hier also nicht das finden, was wir eigentlich suchen, dann kann ich unten auf weitere Zahlenformate klicken, ganz am Ende des Dropdowns, und bekomme dann ein neues Fenster. Wir können jetzt hier auch wieder unter verschiedensten Dingen auswählen. Und ich möchte einfach zunächst einmal in der Kategorie Datum nachschauen, ob wir hier schon eine Formatierung haben, die genau das ist, was ich möchte. Also der ausgeschriebene Monat und die ausgeschriebene Jahreszahl 2020. Ich habe hier ganz viele verschiedene Typen zur Auswahl, wie ich das Ganze formatieren kann, aber wenn ich hier mal kurz durchscrolle, dann merke ich auch hier, okay, hier hatten wir es fast, hier ist der Monat ausgeschrieben, aber die Jahreszahl wieder nicht. Und ich möchte ja wirklich den ausgeschriebenen Monat mit der ausgeschriebenen Jahreszahl ohne irgendeinen Tag noch davor. Auch wenn wir hier den Typ, den wir, oder die Formatierung, die wir haben wollen, nicht finden, ist das Ganze aber nicht schlimm. Denn wir haben hier bei der Kategorie immer noch links unten den Punkt Benutzer definiert. Und hier klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und kann auch hier durch die verschiedenen Schemas durchschauen und einfach mal schauen, ob da hier etwas dabei ist, das so aussieht, wie ich das haben möchte. Ich weiß das jetzt schon, dass ich den ausgeschriebenen Monat und die ausgeschriebene Jahreszahl hier nicht finden werde. Ich kann das aber auch selber hier eingeben. Deswegen lösche ich hier einfach, da etwas drinsteht. Und ich sehe hier oben immer ein Beispiel, wie das Ganze aussehen würde. Ich möchte in meinem Fall jetzt den ausgeschriebenen Monat haben. Den Monat bekommen wir, wie es hier zum Beispiel in diesem Standardtyp ist, mit den Buchstaben M. Und je nachdem, wie viele M's ich verwende, dementsprechend wird mein Monat formatiert. Ich kann also einfach mal sagen, ein M, zwei M's, dann sehe ich 0,1, drei M's. Dann bekomme ich die Abkürzung, die wir jetzt gerade haben, nämlich Jan. Aber wenn ich vier M's eingebe, dann bekomme ich die ausgeschriebene Form, nämlich Jan. Dann möchte ich ein Leerzeichen und jetzt möchte ich mein Jahr anzeigen. Das Jahr sehen wir auch hier unten. Wenn wir uns das Beispiel des Haftes anschauen, bekomme ich mit dem Buchstaben J. Ich beginne jetzt also, indem ich schreibe J. Dann bekomme ich 20, zwei Js ist ebenfalls noch 20. Aber sobald ich meine vier Js hier hinzufüge für die vier Stellen meines Datums, dann sehe ich, dass wir hier Januar 2020 bekommen. Also genau das Format, das ich haben möchte. Sobald ich das jetzt hier mit meinem benutzerdefinierten Format bestätige, indem ich auf den OK-Button hier unten klicke, dann sehe ich, dass das Ganze für uns hier so übernommen wird. Und wir sehen Januar 2020 als mein Format. Genau dasselbe möchte ich jetzt für meine anderen drei Monate noch machen. Ich mache also auch hier einen Doppelklick in meine Zelle bei Februar, schreibe 2020 und sehe, dass das Ganze direkt wieder so für mich abgekürzt wird. Genau dasselbe wird bei März passieren, 2020. Und auch bei April ergänze ich 2020. Und ich habe jetzt hier FEP20, MRZ20 und APR20. Ich kann diese Zellen auch alle gleichzeitig formatieren, indem ich einfach wieder klicke, meine Maustaste unten gedrückt halte und meine drei Zellen hier auswähle. Und dann muss ich im Prinzip genau dasselbe wieder machen wie eben. Ich gehe in mein Menüband unter den Reiter Start, zum Abschnitt Zahl, wähle in diesem Dropdown ganz unten weitere Zahlenformate aus und kann dann unter Benutzer definiert mein eigenes Zahlenformat oder Datumsformat in diesem Fall angeben, indem wir wieder unsere vier M's benutzen für den ausgeschriebenen Monat, unsere vier J für das ausgeschriebene Jahr. Und wenn ich jetzt hier unten auf OK klicke, dann sehe ich, dass das Ganze für uns angepasst wird. Und jetzt haben wir genau diese Ansicht, wie wir sie haben wollen, nämlich den ausgeschriebenen Monat mit dem Jahr dahinter, Januar bis April 2020. Wir haben jetzt also nicht nur gelernt, wie wir den Typ Datum in Excel verwenden können, sodass das Ganze auch rechts ausgerichtet und als Datum erkannt wird. Denn wenn wir einen Doppelklick machen, dann sehen wir, dass wir hier das ausgeschriebene Datum in Zahlen eigentlich darunter liegend haben. Wir haben gleichzeitig noch gelernt, wie wir über den Abschnitt Zahl hier unsere ganz eigene benutzerdefinierte Formatierung für ein Feld, für ein Datum zum Beispiel, funktioniert aber natürlich auch für andere Zahlentypen, angeben und verwenden können. Wir haben mittlerweile schon einiges an unserer kleinen Tabelle, an unserem kleinen Kostenplaner gearbeitet. Wir haben sowohl die Textlabel, also die Überschriften eingetragen, als auch unsere Kosten mit den jeweiligen Zahlen. Und wir haben schon unsere Überschriften für die Monatsspalten als Datum formatiert und sogar eine benutzerdefinierte Formatierung angegeben. Das bedeutet, wir sind fast soweit, dass wir mit den Berechnungen für unsere Summen anfangen können. Bevor wir das tun, wollen wir allerdings noch ein wichtiges Konzept von Excel klären. Und das ist das Referenzieren von Zellen mit ihrem Namen. Wir hatten es in der Einführung schon mal ganz kurz angesprochen. Aber stellen wir uns ein einfaches, praktisches Beispiel vor. Ich habe jetzt einen solchen Kostenplaner erstellt, allerdings nicht nur in diesem kleinen Format wie hier, sondern das ist ein Kostenplaner für die letzten zehn Jahre. Und ich habe jeweils zwölf Monate, über zehn Jahre. Ich habe verschiedenste Kosten, also verschiedenste Posten, die ich aufgelistet habe. Und ich möchte das Ganze meinem Steuerberater schicken. Und der soll doch mal einen Blick auf irgendeinen bestimmten Punkt werfen. Ich kann jetzt zum Beispiel zu ihm sagen, du, schau dir doch mal die Kosten fürs Internet über die Jahre 2017, 2018 an. Dann bekommt er ein riesiges Dokument von mir, eine riesige Tabelle und muss das erst einmal mühselig suchen. Besser wäre es doch, wenn ich ihm einfach genau sagen kann, wo er eigentlich hinschauen muss. Und dazu benutzen wir in Excel sogenannte Zellreferenzen. Das bedeutet, wir referenzieren die Zellen, also die eigentlichen Inhalte, mit ihrem Namen. Wir sehen, in meiner aktuellen Tabelle habe ich gerade diese Zelle hier ausgewählt, mit April 2020. Das ist die Zelle E für die Spalte und 3 für die Reihe. Das Ganze sehen wir auch hier oben, immer für die jeweils ausgewählte Zelle. Ich könnte also zum Beispiel sagen, wenn mein Steuerberater sich die Kosten für mein Internet hier anschauen soll, dann kann er sich doch mal ab der Zelle A6 diese Kosten hier anschauen. Ich kann entweder ihm nur einfach sagen A6 oder ich kann ihm einen sogenannten Bereich sagen. Ich kann zum Beispiel sagen, du, schau dir doch mal den Bereich A6 bis E6 an. Wenn ich das hier so auswähle, also so ziehe, mit gedrückter Maustaste, dann sehe ich hier oben trotzdem nur A6 als Referenz. Das ist nämlich die aktive Zelle in dieser Auswahl, die erste hier. Der Bereich heißt aber in diesem Fall A6 bis E6, denn ich habe die Reihe 6 und von der Spalte A bis zur Spalte E. Das Ganze geht natürlich nicht nur in diese Richtung. Ich kann auch sagen, er soll sich meine Kosten für Januar 2020 anschauen. Dann würde ich sagen, wirf doch mal einen Blick auf den Bereich B3 bis B8. Also auch in diese Richtung kann ich einen Zellenbereich referenzieren. Ich kann das Ganze sogar zweidimensional machen. Das bedeutet, er soll mal einen Blick auf die kompletten Kosten für 2020 bis April werfen. Dann kann ich sagen, wirf doch bitte einen Blick auf A3 bis E8. Also A3, die erste Zelle links oben und E8, die letzte Zelle links unten. Das ist, wie wir in Microsoft Excel zählen und damit Inhalte in unseren Arbeitsmappen und Arbeitsblättern referenzieren. Sodass gerade, wenn man zum Beispiel kollaborativ an Dokumenten arbeitet und ich zum Beispiel meinem Steuerberater oder aber auch einem Kollegen ein Dokument schicke, diese andere Person nicht ewig danach suchen muss. Was ich einfach gesagt habe, schau doch mal nach August oder schau doch mal nach Kosten für Lebensmittel. Sondern ich kann einfach ganz präzise sagen, schau doch mal bei Zelle so und so oder im Zellenbereich so und so nach. Und dann kann man einfach genau definieren, welchen Inhalt man eigentlich meint. Das ist aber nicht nur in der Kommunikation bei der Zusammenarbeit an Excel-Arbeitsmappen notwendig, sondern diese Zellenreferenzen brauchen wir für unglaublich viel. Und vor allem auch, wenn wir mit Kalkulationen in unseren Tabellen arbeiten möchten. Das ist, was wir jetzt als nächstes vorhaben, denn wir wollen ja nicht nur unsere Kosten hier auflisten, sondern wir wollen auch verschiedenste Summen aus unseren Kosten bilden. Wir haben schon mit drei verschiedenen Datentypen in Excel gearbeitet oder mit drei verschiedenen Inhalten, die wir in unsere Zellen schreiben können. Wir hatten ganz zu Beginn unseren Text mit den Überschriften. Danach haben wir Zahlen kennengelernt, mit denen wir die verschiedenen Ausgaben hier festgehalten haben. Und dann haben wir den Typ Datum kennengelernt, mit dem wir unsere Überschriften für die verschiedenen Monatsspalten formatieren konnten. Es gibt allerdings noch einen weiteren Typ, der sehr, sehr wichtig in Excel ist und der auch im Berufsleben einen eigentlich ständig verfolgt. Und das sind Formeln. Wir haben ja sogar im Menüband hier oben einen eigenen Reiter nur für Formeln. Und wir sehen, dass wir hier unglaublich viele verschiedene Optionen haben. Darauf wollen wir an dieser Stelle aber noch gar nicht eingehen, sondern wir wollen einfach mal direkt in unserer Tabelle hier bleiben. Wenn ich jetzt in einer Zelle, zum Beispiel in B9, was die Summe für unseren Januar 2020 sein soll, eine Formel eingeben möchte, dann beginnt das in Excel immer mit einem Gleichzeichen. Ich kann jetzt also schon mal hergehen und sagen, ich tippe ein Gleichzeichen in diese Spalte, in diese Zelle B9. Dann weiß Excel, okay, jetzt kommt eine Formel. Ich muss hier irgendetwas berechnen. Und das ist gleich, egal ob wir hier eine einfache Summe bilden wollen oder irgendeine komplexe mathematische Operation ausführen. Excel kann uns dann, wenn wir wissen, was wir machen wollen, also wenn wir wissen, okay, wir brauchen hier eine Summe oder wir brauchen hier einen Durchschnitt oder wir brauchen hier eine Multiplikation, ein Produkt, dann kann uns Excel die komplette Arbeit abnehmen. Man kann sich das mal ein bisschen vorstellen, wie einen unglaublich ausgefuchsten Taschenrechner. Also wenn wir wissen, was wir machen, dann kann Excel mathematisch eigentlich fast alles lösen. In unserem Fall geht es jetzt um eine einfache Summe. Wir wollen hier einfach nur die Summe aus allen diesen Zahlen, also Miete bis Lebensmittel bilden. Ich kann jetzt einfach zunächst einmal die einfachste Möglichkeit hergeben und diese Summe einfach so aufschreiben, also die Operation, die wir dafür durchführen müssen. Ich sage also, Miete, schauen wir mal, ist 1200. Und dann kann ich das Ganze einfach mit Plus addieren. Wir haben 200 Euro für unser Auto, wir haben 50 Euro für das Internet, 30 Euro für den Mobilfunk und wir haben 480 Euro für unsere Lebensmittel. Wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann weiß Excel durch mein Gleichzeichen vorne, dass das Ganze hier ausgerechnet werden soll und nicht so als Text hier drinstehen. Und wir sehen 1960 als Summe von diesen 5 Posten, die wir im Januar hatten. Jetzt wird der eine oder andere schon sagen, ja gut, das ist ziemlich viel Arbeit. Zumal es ein Problem gibt. Was, wenn mir im Nachhinein auffällt, ich habe im Januar für Lebensmittel nicht nur 480 Euro ausgegeben, sondern wir ändern das hier mal 520 Euro. Ich drücke Enter. Hier ist das Ganze verändert, aber unten bei unserer Summe natürlich nicht. Jetzt können wir natürlich wieder hergehen und sagen, okay, dann ändern wir das hier unten auch. Ich mache einen Doppelklick. Wir haben hier keine 480, sondern 520 Euro. Drücke Enter und dann habe ich hier meine 2000 Euro. Funktioniert natürlich, ist aber ziemlich umständlich. Wir haben ja eben auch die Zellreferenzen kennengelernt. Und diese Summenbildung ist ein Beispiel dafür, wie wichtig und wie mächtig diese Zellreferenzen sein können. Denn ich möchte das Ganze hier so sicher nicht berechnen. Wir löschen einfach mal diese komplette Formel nochmal. Ich möchte das Ganze irgendwie dynamisch machen. Dazu beginne ich auch wieder mit einem Gleichzeichen. Aber statt jetzt einfach die absoluten Zahlen hier abzutippen, kann ich die entsprechenden Zellen referenzieren. Das bedeutet, ich möchte 1200, 250, 30 und 520 den Inhalt der Zellen B4 für unsere Miete bis zu B8 für unsere Lebensmittel. Und genau diese Zellennamen kann ich jetzt hier einfach referenzieren und verwenden. Das bedeutet, ich beginne mit B4. Sobald ich das mache, sehe ich das hier sehr schön farblich. Ich habe hier das blaue B4 und die Zelle wird mir oben auch markiert. Dann addiere ich darauf B5. Auch das wird mir farblich hinterlegt. Und genauso mache ich das weiter. B6 plus B7 plus B8. So dass ich hier genau sehe, dass ich alle meine fünf Zellen hier zusammen addiere. Wenn ich jetzt auf die Enter-Taste drücke, dann sehe ich, dass wir wieder unsere Summe bekommen, nämlich genau die 2000. Ich kann meine Formel auch immer einsehen, indem ich entweder in der Bearbeitungszeile hier oben nachsehe, was hier steht, oder indem ich einen Doppelklick auf meine Zelle mache, dann kann ich das Ganze auch editieren. Der Vorteil in dieser Vorherangehensweise ist, wir haben jetzt nur noch die Zellen referenziert. Das bedeutet, wenn ich einen Wert hier oben nachträglich ändere, dann wird das in meiner Summe hier unten automatisch so übernommen. Sagen wir also, ich habe mich vertan. Das Ganze war ein Fehler. Wir waren doch nur bei 480 Euro für unsere Lebensmittel. Kann ich das hier eingeben. Soweit ich Enter-Klicke, sehe ich, zack, unsere Summe hat sich hier unten auch wieder entsprechend aktualisiert und wir haben nur noch 1960 Euro. Genauso können wir das natürlich auch für die Reihen machen. Ich möchte hier zum Beispiel wissen, was ist meine Gesamtmiete über die vier Monate Januar bis April. Ich beginne natürlich für meine Formel wieder mit einem Gleichzeichen und schaue dann nach. Okay, ich brauche die Werte aus B4 bis E4. Ich sage hier also B4 plus C4 plus D4 plus E4. Auch hier sehe ich das Ganze wieder schön mit den Farben, dass ich genau sehe, okay, habe ich mir auch nicht vertippt. Sind das die richtigen Zellen? Dann drücke ich auf Enter und ich sehe hier genau die richtige Summe, 4.800 Euro für meine Miete für alle vier Monate. Das Ganze kann man jetzt einfach für die anderen Zellen hier, beziehungsweise für unsere anderen Summen genauso machen. Wir müssen nur immer die entsprechend richtigen Zellen referenzieren und addieren. Das ist schon mal sehr gut, denn wir haben hier eine dynamische Summe. Die für uns unten erzeugt wird. Und wenn wir die Felder, aus denen sich das Ganze zusammensetzt, ändern, dann wird das Ganze in unserer Summe entsprechend reflektiert. Wenn ich hier zum Beispiel meine Miete für Januar ändere, dann sollte sich sowohl die Gesamtsumme meiner Mieten als auch die Gesamtsumme für Januar entsprechend aktualisieren. Wir probieren das einmal aus und wir sagen, im Januar war unsere Miete noch etwas günstiger, 1.100 Euro. Und ich sehe, dass sowohl diese Gesamtsumme als auch diese Gesamtsumme entsprechend aktualisiert worden ist. Jetzt mag der eine oder andere sich vielleicht schon denken, das ist schon mal nicht schlecht, aber das ist natürlich jetzt relativ einfach mit einer Tabelle, mit einer Summe aus 5 beziehungsweise 4 Zahlen. Was, wenn ich jetzt 200 Posten in meiner Monatsrechnung habe? Dann muss ich hier 200 Zellreferenzen eintippen. Das ist natürlich auch nicht optimal. Das ist richtig. Wir wollten das Ganze nur wirklich von Grund auf angehen, sodass wir wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen können, wie wir unsere Zellen referenzieren. Natürlich können wir das Ganze aber noch ein bisschen geschickter, noch ein bisschen kürzer machen. Vor allem dann, relativ einfach, wenn diese Zellen genau nebeneinander liegen. Wenn wir also wirklich B4 bis B8 haben oder B4 bis E4 haben. Und das schauen wir uns jetzt gleich zusammen an. Wir haben zum einen hier in der Spalte B9 die Summe aus den Zellen B4 bis B8 gebildet und wir haben hier in der Zelle F4 die Summe der Zellen B4 bis einschließlich E4 gebildet. Dabei haben wir schon gemerkt, dass es zwar weniger Arbeit ist, als die einzelnen Beträge genau abzuschreiben, aber wir immer noch relativ viel tippen müssen. Jetzt werden wir daher etwas kennenlernen. Und das sind verschiedene Arten von Zellreferenzen oder Bezügen auf Zellen. Es gibt nämlich relative Zellreferenzen und absolute Zellreferenzen. Das, was wir hier bis jetzt gemacht haben, nämlich einfach B4, B5, B6, B7 und B8, das sind relative Referenzen. Was bedeutet relativ? Das Ganze kann man eigentlich relativ schnell herausfinden, denn ich habe jetzt im Moment nur für meine Spalte B, für meine fünf Posten hier, meine Summe unten gebildet. Ich könnte das jetzt für die Spalte C genauso machen, indem ich wieder mit einem Gleichzeichen anfange und dann C4 bis C8 addiere. Ich kann aber auch einfach sagen, ich gehe auf meine Summe hier und kopiere das Ganze, indem ich entweder einen Rechtsklick und Kopieren auswähle oder ich kann das Tastaturkutzel Steuerung und C benutzen. Ich bin also auf meiner Zelle B9, drücke Steuerung und C, sehe das Ganze auch dadurch, dass das so umrandet wird. Ich gehe jetzt in meine Spalte C und kann entweder mit Rechtsklick und Einfügen oder aber einfach mit Steuerung und V das Ganze hier einfügen. Wenn ich das mache, dann sehe ich, dass wir jetzt hier 2040 haben. Und das ist genau die Summe, die hier fehlt. Genauso kann ich das für März machen, Einfügen und für April Einfügen. Und ich bekomme jeweils die Summe. Was ist hier jetzt genau passiert? Ich klicke hier nochmal doppelt und ich sehe, dass wir hier einfach unsere übliche Summe haben. Wenn ich in der Spalte C9 doppelt klicke, dann sehe ich, dass wir auch eine Summe haben. Allerdings mit den entsprechenden Zellen C4 bis C8. Genauso ist das beim März der Fall mit den D-Spalten und beim April mit den E-Spalten. Was ist hier also passiert? Wir haben zwar unsere Zellen referenziert in unserer ersten Formel hier mit B4 bis B8. Unter der Haube, für uns versteckt, hat Excel das Ganze allerdings einfach so interpretiert. B4 ist einfach die Zelle, die hier 5 Zellen über der aktuellen Spalte sind. B5 ist 4 Zellen über der aktuellen Spalte und so weiter. Dementsprechend hat das Ganze auch funktioniert, als wir das hier in der Spalte C eingefügt haben. Denn hier war einfach die erste Referenz wieder 5 Zellen nach oben. Das bedeutet bei C4. In der Spalte März 5 Zellen nach oben, das bedeutet dementsprechend D4. Und das ist eine relative Referenz. Die Referenz bezieht sich zwar auf eine bestimmte Zelle, diese Zelle ist aber immer abhängig davon, wo die Referenz eigentlich getätigt wird. Das bedeutet, wir haben immer in diesem Fall die 5 Zellen über der aktuellen Zelle ausgewählt. Das Ganze funktioniert mit Reihen natürlich genauso. Wir haben ja hier unsere Summe mit B4 bis E4. Wenn ich das Ganze hier einfach mit STRG C kopiere, darunter einfüge, STRG V, dann haben wir hier die Summe aus unserer 5er Reihe. Wenn ich einen Doppelklick mache, sehe ich B5, C5, D5, E5. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Wir haben hier nämlich die relative Referenz auf die 4 Zellen links von der aktuellen Zelle. Das Ganze kann ich dementsprechend auch wieder kopieren und für alle meine restlichen Zellen hier einfügen, sodass wir jetzt alle unsere Summen komplett haben. Dabei mussten wir nur einmal für unsere Spalten die Summe eingeben und einmal für unsere Reihen. Und ich konnte das Ganze dann einfach mit STRG C und STRG V kopieren und einfügen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das Problem ist nur, ab und zu mal ist es sicher sinnvoll, dass wir auch eine absolute Referenz haben. Dass wir also sagen, okay, das ist jetzt nicht immer vier Zellen nach links oder fünf Zellen nach oben, sondern wir wollen eine bestimmte Zelle referenzieren. Und auch dazu wollen wir kurz ein einfaches Beispiel machen. Indem ich hier eine neue Zelle erstelle unter meiner Gesamtsumme für die unterschiedlichen Monate möchte ich jetzt einfach eine Zelle mit dem Namen Prozent erstellen. Also Prozent ist jetzt die Überschrift für diese Reihe hier eigentlich, die Reihe 10. Und hier möchte ich jetzt einfach immer angeben, wie viel Prozent von meiner Gesamtsumme hier am Ende, von den 7.870 Euro, die ich in den ersten vier Monaten 2020 ausgegeben habe, wie viel Prozent davon ist die Gesamtsumme im Januar. Ich könnte jetzt also hingehen und sagen, relativ einfache Prozentsrechnung, ich brauche eine Formel, ich sage ist gleich und dann muss ich die Zelle B9 referenzieren. Das kann ich entweder tippen oder ich klicke die Zelle einfach an. Zelle angeklickt, wird B9 für mich eingefügt. Das Ganze muss ich dann teilen durch meine Gesamtsumme hier am Ende, also die Zelle F9 oder ich klicke das einfach wieder an und das Ganze multipliziere ich dann mit 100. Sobald ich das mache, die Enter-Taste drücke, dann sehe ich, dass ich hier in etwa 23,6 Prozent im Januar ausgegeben habe. Jetzt könnte ich hierher gehen und sagen, okay, wir haben ja gerade schon gelernt, dass mit dem Kopieren und Einfügen der Summen oder beziehungsweise der Formeln klappt ja wunderbar. Ich gehe also einfach her, mache für Februar dasselbe, ich kopiere meine Zelle hier, füge sie bei Februar ein und jetzt sehe ich, ich bekomme nicht das gewünschte Ergebnis, sondern irgendeinen komischen Fehler. Ich habe hier das Rautensymbol und dann div geteilt durch 0 Ausrufezeichen. Was dieser Fehler hier bedeutet, ist einfach nur, ich habe durch 0 geteilt. Stellt sich jetzt die Frage, warum? Ich habe doch einfach nur dieselbe Rechnung gemacht, ich möchte hier meine 2040 durch meine Gesamtsumme teilen und mal 100 nehmen. Das Problem zeigt sich, wenn ich einen Doppelklick auf meine Zelle mache. Denn wir sehen hier, die Formel, die angegeben ist, ist c9 geteilt durch g9 mal 100. Und das ist das Problem von unseren relativen Referenzen. Die Summe, die ich, oder die Formel, die ich hier angegeben habe, ist einfach nur eine Zelle nach oben geteilt durch 1, 2, 3, 4 Zellen nach rechts und 1 nach oben. Das ist in diesem Fall f9, das stimmt. In meinem Fall hier eine Spalte weiter rechts ist das Ganze allerdings g9. Und hier steht nichts drin, dann teilen wir hier durch 0 und es kommt überhaupt nicht das Richtige heraus. Genau gleich würde das auch laufen, wenn ich versuche, das hier einzufügen. Hier wären wir noch ein Feld weiter rechts für das Teilen. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Wie können wir das Ganze lösen? Ich kann diese zwei Zellen, die den Fehler werfen, erst einmal wieder löschen. Ich sage, das entfernen wir beides wieder und ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, meine Formel hier, diese b9 geteilt durch f9 Formel, so zu formulieren, dass diese Referenz auf f9 einfach immer so ist. Das bedeutet auch, wenn ich das Ganze irgendwo anders wieder einfüge, möchte ich weiterhin f9 referenzieren und nichts irgendwie, was hier weiter rechts kommt. Glücklicherweise kann ich auch das in Excel relativ leicht tun. Wenn ich nämlich keine relative Referenz möchte, also eine Referenz ausgehend von der aktuellen Zelle, dann muss ich Dollarzeichen verwenden. Und zwar sowohl für die Reihe als auch für die Spalte. Wenn ich also immer f9 referenzieren möchte, dann schreibe ich hier einfach $f und $9. Dieses Dollarzeichen bedeutet einfach nur, dieses f und diese 9 sind nicht relativ zur aktuellen Zelle, sondern ich meine wirklich absolut die Zelle f9. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, bekomme ich hier erstmal nichts anderes. Das hat ja vorhin schon funktioniert. Allerdings kann ich jetzt diese Formel kopieren, in meiner Spalte C einfügen und ich sehe, dass ich das richtige Ergebnis bekomme. Denn wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, sehe ich, wir haben die absolute Referenz auf Zelle f9 und dementsprechend wird auch hier der korrekte Prozentsatz gebildet. Das Ganze kann ich jetzt nochmal kopieren und für meine anderen zwei Monate einfügen, sodass ich jetzt wirklich für alle vier Monate das korrekte Ergebnis bekomme, wie viel Prozent meiner Gesamtsumme ich in diesem Monat ausgegeben habe. Wir merken uns also nochmal, wenn ich die Zellen einfach nur so referenziere mit ihrem Namen, B4, B5 und so weiter, dann ist das eine relative Referenz. Das bedeutet, Excel intern geht einfach davon aus und sagt, okay, B4 ist hier eine Referenz auf die Zelle 5 über der aktuellen Zelle. Wenn ich eine Zelle einfach absolut referenzieren möchte, also nicht sagen, das ist irgendwie hoch, runter, rechts, links, so und so viele von der Zelle, dann muss ich, wie wir das bei unserer Prozentrechnung gemacht haben, für diese Zelle das Ganze mit einem Dollarzeichen sozusagen absolut fixieren. Ich schreibe also Dollar und die Spalte und Dollar und die Reihe, sodass ich ganz genau weiß, okay, in dieser Formel B9 geteilt durch F9 ist B9 zwar eine relative Referenz, aber F9 ist immer die Zelle F9, völlig egal, wo ich diese Formel einfüge. Einer der sicherlich wichtigsten Teile beim Arbeiten mit Excel ist das Verwenden von Formeln. Wir haben ja in unserer kleinen Beispieltabelle jetzt schon verschiedene Formeln verwendet. Wenn wir gerade uns nochmal hier die Zelle E10 anschauen und einen Doppelklick machen, dann sehen wir, dass wir hier mit verschiedenen Referenzen, mit relativen und absoluten Referenzen auf Zellen bestimmte Dinge ausgerechnet haben. Wenn wir in Excel mit Formeln arbeiten, dann ist es eigentlich nichts anderes, wie wenn wir das im normalen Leben auf einem Blatt Papier tun würden oder mit einem Taschenrechner vielleicht als noch besseren Vergleich. denn wir müssen auch hier die Reihenfolge beachten, in der ein Taschenrechner oder in diesem Fall jetzt Excel als Programm die Rechnung, die wir hier eingeben, durchführt. Bei allem, was wir bis jetzt gemacht haben, also auch zum Beispiel bei dieser Rechnung für die Prozentzahl, war das noch überhaupt kein Problem, denn es ist genau das herausgekommen, was wir auch erwartet haben. Das liegt daran, dass bei allen unseren Rechnungen immer nur eine Art eigentlich von Operator verwendet worden ist. Beispielsweise haben wir hier in der Rechnung eigentlich nur Division und Multiplikation. Genauso haben wir hier in unseren Summenfeldern eben nur das, Summen. Wir addieren verschiedene Zahlen miteinander. Es ist allerdings so, ganz wie bei normaler Mathematik auch, dass diese Operatoren, also zum Beispiel für Summe und Differenz mit Plus und Minus, für Multiplikation und Division mit geteilt und mal und dann eben auch für andere Dinge wie zum Beispiel Hochzahlen, eine bestimmte Rangfolge haben, in der sie ausgeführt werden. In Excel gibt es ein sehr cooles Tool, mit dem wir uns das Ganze anschauen können und so Schritt für Schritt nachvollziehen, in welcher Reihenfolge unsere Berechnungen durchgeführt werden. Dazu beginnen wir damit, dass wir einmal nochmal unsere Zelle E10 auswählen, wo eben durch diese Division und dann die Multiplikation mit 100 unser Prozentwert festgelegt wird. Mit dieser ausgewählten Zelle gehe ich dann einfach mal in meinen Reiter Formeln oben im Menüband und kann dann in dem Abschnitt Formelüberwachung auf Formel Auswertung klicken. Wenn ich hier über dem Feld havere, dann sehe ich schon, dass wir damit Formeln debuggen können, also nach Fehlern suchen, indem wir Schritt für Schritt diese Formel ausführen. Ich klicke also einfach auf den Punkt Formel Auswertung, wenn ich auf dem entsprechenden Feld bin und bekomme dann dieses Fenster. Ich sehe hier einfach genau die Vorschau von meiner Formel. Im Moment steht hier einfach nur das drin, was wir in unserer Zelle geschrieben haben und wir können das Ganze Schritt für Schritt auswerten. Unterstrichen ist dabei immer der Teil dieser Formel, der jetzt als nächstes ausgewertet wird. Das bedeutet, unsere Formel Auswertung schaut jetzt erst einmal, was steht eigentlich in E9 und sobald ich das mache und auf Auswerten klicke, dann sehen wir in E9 steht 2010, also genau der Wert dieser relativen Zellenreferenz hier. Als nächstes haben wir eine absolute Zellenreferenz, nämlich F9. Wir wollen hier immer genau die Zelle F9 haben und dementsprechend ist das Ganze hier mit Dollar F und Dollar 9 geschrieben und unterstrichen und wenn wir das auswerten, dann bekommen wir hier 7870. Das ist die Zelle F9, genau wie sie hier unten steht. Als nächstes wird diese Division durchgeführt. Wir sehen also, dass 2010 geteilt durch 7870 unterstrichen ist. Ich klicke auf Auswerten und wir bekommen diese Kommazahl. Und jetzt wird schließlich noch mein gesamter Begriff hier oder meine gesamte Formel, nämlich diese Kommazahl mal 100 ausgewertet ist unterstrichen. Ich klicke auf Auswerten und habe dann mein letztendliches Ergebnis. Ich sehe jetzt, dass ich hier auch nicht mehr auswerten kann, denn unsere Berechnung ist vollständig. Ich kann jetzt neu starten, um das Ganze nochmal anzuschauen, wenn mir vielleicht der Fehler noch nicht aufgefallen ist. Ich möchte jetzt das einmal noch schließen und kurz darstellen, in welcher Reihenfolge die Operatoren in Excel auf der ganz einfachen Ebene ausgewertet werden. Und zwar ist es eigentlich genau, wie man es in der Schule in Mathe auch gelernt hat. Wir haben als höchste Wichtigkeit das, was als erstes ausgewertet wird, Klammern. Wenn wir also etwas einklammern, dann wird das als erstes ausgewertet. Dann haben wir Exponenten, also Hochzahlen, das wird als nächstes ausgewertet. Darauf folgt Multiplikation und Division und schließlich ganz am Ende Plus und Minus, also Addition und Subtraktion. Wir können uns das Ganze einfach anschauen, indem ich hier eine leere Zelle gebe und wir geben hier mal eine neue eigene Formel an. Dabei müssen wir gar keine Zellen referenzieren, wir können einfach nur eine Rechnung mit Zahlen direkt schreiben. Ich beginne also damit, dass ich ein Gleichzeichen mache für eine Formel. Und dann möchte ich jetzt zunächst einmal eine Summe angeben, die möchte ich allerdings zuerst berechnen und daher schreibe ich sie in Klammern. Ich schreibe also Klammer auf und dann zum Beispiel 2 plus 8 und Klammer zu. Sobald ich das gemacht habe, sollte ich jetzt 10 bekommen. Ich möchte aber noch andere Operatoren verwenden, einfach um zu sehen, wie das Ganze nacheinander ausgeführt wird. Das Ergebnis dieser Summe möchte ich jetzt mit etwas multiplizieren. hoch 2. Und zu diesem ganzen Ergebnis, was ich dann am Ende habe, möchte ich dann nochmal etwas addieren, nämlich 100 geteilt durch 20. Wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann wird die Rechnung für mich einfach ausgeführt und ich sehe, dass das Ergebnis hier 45 ist. Wir wollen jetzt aber nochmals kurz, wenn ich die Zeile auswähle, hier unsere Formelauswertung zur Hand nehmen und schauen, wie das Ganze nacheinander ausgewertet wird, sobald ich auf das Fenster klicke, sehen wir, dass wir hier unsere Auswertung haben und wir beginnen tatsächlich damit, dass wir diesen Begriff innerhalb der Klammer auswerten. 2 plus 8, wenn ich auf Auswerten klicke, bekommen wir hier 10 und dann wird die Klammer an sich ausgewertet, wird nämlich aufgelöst in diesem Moment, wo keine Operation mehr darin zu machen ist und auch hier klicke ich einfach auf Auswerten. Jetzt habe ich hier eine Multiplikation und wenn ich das ganze stur von links nach rechts durchgehen würde, würde ich jetzt hier einfach 10 mal 2 multiplizieren und hätte 20. Da die Hochzahl allerdings eine höhere Priorität hat als die Multiplikation, sehen wir, dass 2 hoch 2 unterstrichen ist und das bedeutet, erst einmal wird das ausgewertet und ich bekomme dementsprechend 4. Jetzt habe ich die Multiplikation wieder mit einer höheren Priorität als das Pluszeichen, was danach kommt, das bedeutet, ich rechne 10 mal 4, ausgewertet 40. Zu dieser 40 möchte ich jetzt etwas addieren, allerdings habe ich hinten eine Division und die Division hat eben wieder eine höhere Priorität als die Addition. Ich rechne also erst einmal 100 durch 20, da bekomme ich 5 raus und schließlich als letzte Kalkulation berechne ich meine 40 plus 5, dann das ganze outwerten und bekomme 45. Nochmal zur Wiederholung also, was die Rangfolge der Operatoren in Excel angeht, haben wir die Klammer, die über allem steht, danach werden Hochzahlen ausgerechnet, danach Multiplikation und Division und schließlich Addition und Subtraktion. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie mit dem Spruch, den viele von uns sicher in der Schule gelernt haben, Punkt vor Strich, Klammer vor allem, das bedeutet Multiplikation und Division vor Plus und Minus und die Klammer vor allem, hier haben wir eben noch den Faktor mit den Hochzahlen dazu, das bedeutet, wir haben Hoch vor Punkt vor Strich und Klammer vor allem. Die erste Funktion, die wir uns in Excel anschauen wollen, ist die am wahrscheinlich häufigsten benutzte Funktion überhaupt und das ist die Summen Funktion oder auf Englisch Sum mit der wir einfach die Summe aus verschiedenen Zellen bilden können. Wir haben ja im letzten Abschnitt bereits Summen gebildet, indem wir hier durch die Formeln die Gesamtsumme sowohl für jeden individuellen Monat als auch für jeden individuellen Posten auf unserem Budgetplaner jeweils berechnet haben. Wenn wir uns das nochmal anschauen, zum Beispiel hier in der Zelle B9, wenn ich einen Doppelklick mache, dann sehen wir, dass wir hier einfach eine Formel benutzt haben, beginnend mit dem in unserem Fall waren das hier 5 Zellen, nämlich B4 bis einschließlich B8 und das war ja überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir 100 Zellen haben oder gar tausende Zellen? Das kann in Excel-Dokumenten durchaus mal passieren. Und dann möchte ich ja eigentlich nicht mehr hergehen und anfangen zu schreiben B4 plus B5 plus B6 bis irgendwie B2800. Da bin ich ja teilgelang beschäftigt. Und das ist der Grund, warum es in Excel für viele verschiedene Operationen die Funktionen gibt. Eine Funktion ist nämlich nichts anderes als eine vorverpackte und uns von Microsoft direkt zur Verfügung gestellte Formel oder eben Funktion, die etwas Bestimmtes für uns ausrechnet. Und da können wir mit sogenannten Zellenbereichen arbeiten oft, genauso wie wir es bei der Summe gleich kennenlernen und müssen nicht jede Zelle einzeln eingeben. Bevor wir unsere Summen hier erstellen, möchte ich einfach mal ganz kurz alles, was wir bisher hier an Summen hatten, nämlich die Felder hier B9 bis F9 und dann in der Spalte F, F4 bis F9 löschen. Das kann ich tun, indem ich einfach alles markiere. Ich fange hier bei B9 an, halte meine Umschalttaste gedrückt und gehe zu F9 und kann dann mit Steuerung noch alle Felder hier oben auswählen. Dann drücke ich auf meiner Tastatur die Entfernen Taste und meine ganzen bisherigen Summen sind einfach gelöscht. Das gibt jetzt natürlich aktuell Probleme mit unseren Prozentzahlen hier unten, da wir wieder durch 0 dividieren. Sehen wir, dass wir hier mit Zellen arbeiten, die aktuell gar keinen Wert enthalten. Das ist aber für uns aktuell nicht wichtig. Dieser gibt jetzt verschiedene Arten, eine Summe in Excel zu dieser Zelle, in meinem Fall B9, hinzuzufügen. Und ich möchte einfach über die verschiedenen Wege mit euch sprechen. Zum einen kann ich einfach, wenn ich in meiner Zelle hier bin, direkt oben, wenn ich in meinem Menüband auf den Punkt Formeln gehe, die Summenfunktion suchen. Wir haben hier auch noch eine weitere Funktion, nämlich die Autosumme. Wer die von euch vielleicht schon kennt, der muss sich jetzt ein bisschen gedulden. Mit der Autosumme können wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen und sogar mit einem Tastaturkürzel arbeiten. Wir wollen allerdings in diesem Kapitel jetzt von Grund auf die Funktionen kennenlernen und gehen daher zunächst einmal den langen Weg, den wir auch für viele andere Funktionen eigentlich immer benutzen müssen. Die Summenfunktion finden wir jetzt, wir haben hier verschiedene Bücher mit Funktionen unter Mathematik und Trigonometrie. Wenn ich hier einfach auf das Dropdown klicke, dann sehe ich alle mathematischen und trigonometrischen Funktionen, die Excel für uns bereitstellt. Wir sehen, dass wir hier schon in diesem Buch, nämlich Mathematik und Trigonometrie, unglaublich viele Funktionen haben, die wir einfach mal durchsuchen können. Ich scrolle jetzt nach unten, das Ganze ist alphabetisch, bis wir bei den S-Funktionen sind und hier finde ich dann Summe. Das wähle ich einfach durch einen Klick aus und bekomme dann dieses Fenster. Und hier sehen wir in der aktuellen Version von Microsoft 365, dass das Ganze schon relativ schlau ist. Denn ich sehe, dass hier in meinem Fenster, das aufgeht, B4 bis B8 automatisch eingetragen sind. Das sind genau die Zellen, die ich eigentlich addieren möchte, nämlich B4 bis B8 hier in meiner Tabelle. Wer noch eine ältere Version von Excel verwendet, da kann es sein, dass hier nichts drinsteht. Das können wir aber auch leicht beheben. Ich lösche einfach mal das, was hier drinsteht. Ich kann entweder jetzt hergehen und den Bereich angeben, den ich möchte. Dazu beginne ich mit der ersten Zelle, in meinem Fall B4. Und dann, wenn ich hier einen Bereich angeben möchte, trenne ich das Ganze mit einem Doppelpunkt, also schreibe ich B4 Doppelpunkt B8 und habe dann wieder den entsprechenden Bereich ausgewählt. Ich sehe hier unten auch direkt mein Ergebnis 1860 oder hier auf der Seite nochmal 1860 Ich kann das Ganze sogar noch einfacher machen. Wir löschen nochmal unser Argument hier und ich kann einfach, wenn ich hier in dem Feld bin, bei meinen Funktionsargumenten im Fenster, die entsprechenden Zellen auswählen. Ich gehe also in meine Tabelle und kann mit einem Ziehen meiner Maus die entsprechenden fünf Zellen hier auswählen und ich sehe, dass das automatisch für mich hier eingefügt wird. Dieses Fenster, was wir hier haben, wo wir die Funktionsargumente eintragen, ist auch sehr hilfreich, denn wir haben hier zum einen die Möglichkeit einzutragen, was wir addieren möchten, im Fall der Summe jetzt und wir haben gleichzeitig hier eine Vorschau, was dabei herauskommt und wir haben unten hier noch diesen Link mit Hilfe für diese Funktion. Ich klicke den einfach mal kurz an und dann sehen wir, dass sich mein Browser öffnet und ich komme direkt auf die Support-Seite von Microsoft, wo ich einen Hilfeartikel zu genau dieser Funktion habe. Ich sehe hier Summe, Funktion und was diese Funktion macht, sie addiert Werte, ich kann dabei einzelne Werte, Zellbezüge, Zellreferenzen oder Bereiche bzw. eine Kombination aller dieser Optionen addieren. Und ich habe hier direkt noch Beispiele, nämlich zum Beispiel Summe A2 bis A10 addiert eben genau diese Werte in den Zellen A2 bis A10 oder hier noch Summe A2 bis A10 und C2 bis C10 und so kann ich die Werte in mehreren Zellen Bereichen addieren. Ihr könnt eigentlich immer, wenn ihr mit einer Funktion arbeitet und nicht genau wisst, wie diese funktioniert, ich schließe das Browser Fenster mal wieder, einfach im Funktions Argumente Fenster hier diesen Link Hilfe für diese Funktion aufrufen und dann kommt ihr zu der entsprechenden Support Seite. Ich bin jetzt aber erst einmal zufrieden, denn ich habe hier B4 bis B8 eingetragen, das ist die Summe, die ich haben möchte und ich klicke dementsprechend auf OK. Sobald ich das mache, sehe ich, dass wir jetzt hier wieder unsere 1860 haben, also genau die Summe, die ich hier haben möchte. Das gleiche möchte ich jetzt natürlich noch für meine anderen Summen machen, dass ich überall wieder meine Gesamtwerte habe. Und für die Spalte C schauen wir uns einen anderen Weg an. Ich kann nämlich auch einfach, wenn ich in dem entsprechenden Feld, in der entsprechenden Zelle bin, hier in meiner Bearbeitungsleiste auf den Funktion Einfügen Button drücken. Wenn ich das mache, öffnet sich wieder ein Fenster, wo ich entweder ganz normal, wie in dem Tab Formeln, hier eine Kategorie auswählen kann, zum Beispiel Mathematik und Trigonometrie und das Ganze dann durchsuchen. Ich kann hier aber auch einfach den Text, der oben steht, auswählen und ich gebe Summe ein, drücke auf OK und bekomme dann die entsprechende Funktion vorgeschlagen. Auch hier kann ich dann wieder OK auswählen und es läuft eigentlich genau gleich wie bisher. Excel, die neue Version, ist schon relativ schlau und hat mir direkt den richtigen Bereich C4 bis C8 ausgewählt. Wenn hier nichts drinsteht, kann ich das entweder selbst händisch eingeben oder ich kann das Ganze hier einfach auswählen. Das passt aber, ist in diesem Fall richtig und ich drücke einfach auf den OK-Button. Genauso funktioniert das natürlich auch für Reihen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal in meine erste Gesamtsumme gehen für die Miete über die vier Monate und auch hier kann ich entweder hier über den Funktion Einfügen Button in meiner Bearbeitungsleiste oder über das Tab Formeln in meinem Menüband und Mathematik und Trigonometrie das Ganze eintreiben. Ich kann das aber natürlich auch, wenn ich lieber tippe, händisch eintreiben. Das bedeutet, ich bin jetzt aktuell in meinem Feld F4 und ich kann dann einfach beginnen, ich sage ist gleich Summe, das Ganze wird mir dann schon vorgeschlagen und dann mache ich eine Klammer auf und schaue einfach, ich möchte B4, das ist nämlich meine erste Miete und dann schreibe ich einen Doppelpunkt und E4, das ist meine letzte Miete. Ich schließe meine Klammer wieder um meine Argumente, drücke die Enter-Taste und dann sehe ich, dass ich hier die richtige Summe habe. Und genauso kann ich jetzt auch die restlichen Summen für meine Posten, Auto, Internet, Mobilfunk und Lebensmittel und für März und April hier eintragen. Als kleine Übung würde ich vorschlagen, das Video jetzt kurz zu pausieren und die restlichen Summen einzutragen. Ich werde das bei mir auch machen und dann sprechen wir am Ende nochmal kurz darüber, wie wir das Ganze gemacht haben. Ich habe jetzt einfach alle restlichen Summen ergänzt und wenn wir durch die Felder durchklicken, dann sehen wir einfach hier oben in unserer Bearbeitungsleiste immer die jeweilige Funktion, die verwendet worden ist. Zum Beispiel für mein Feld F6 hier habe ich die Felder B6 bis E6 addiert. Also einfach meine 4 mal 50 Euro für das Internet. An dieser Stelle ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, dass wir bei unseren vier Summen hier unten für unsere Monate ein kleines grünes Dreieck im oberen Rand der Zellen haben. Und wenn ich eine der Zellen auswähle, dann sehen wir hier so ein gelbes Ausrufezeichen. Das andeutet, dass es hier ist an sich kein wirklicher Fehler. Aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hat. Excel ist eine sehr, sehr schlaue Applikation sozusagen mittlerweile und das Programm versucht immer uns zu helfen. Und dadurch, dass die Software aber nicht wirklich Kontext hat, sondern einfach nur sieht, was in den einzelnen Zellen hier steht, kann es sein, dass so wie hier etwas dabei rauskommt, was nicht ganz so korrekt ist oder was wir eigentlich nicht haben wollen. Wenn ich hier mal auf den Fehler klicke oder schon havere, dann sehe ich, dass die Formel in dieser Zelle sich auf einen Bereich bezieht, der an weitere Zahlen angrenzt. Auch wenn ich hier draufklicke, sehe ich, die Formel schließt nicht alle angrenzenden Zellen ein. Das Problem daran ist, wir haben hier zum Beispiel in unserer Zelle B9 die Zellen B4 bis B8 addiert als Summe. Excel sieht aber eigentlich nur Zahlen und Text in einer solchen Tabelle. Und was wir jetzt hier in diesem Fall haben, ist in der Zelle B3 unser Datum. Und das Datum wird von Excel eben auch als Zahl interpretiert. Das bedeutet, was Excel hier eigentlich machen möchte, ist die Zellen B3 bis B8 addieren. Wenn ich das hier nämlich in dem Fehler mal auswähle, zum Beispiel, ich möchte den Bezug erweitern, um diese Zellen einzuschließen, die noch angrenzen, dann sehe ich, dass wir hier auf einmal 45.691 bekommen. Und das geschieht dadurch, dass Excel eben jetzt die Zelle B3 mit einbezieht. Wir sehen das auch in unserer Bearbeitungsleiste. Wir haben jetzt hier nämlich die Summe von B3 bis B8. Also das Datum wird hier mit addiert. Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend mache ich das Ganze rückgängig, hier oben in der Leiste mit dem Button oder eben mit STRG und Z. Ich kann das Ganze aber, wenn ich nicht möchte, dass das hier so aussieht, als ob ein Fehler drin wäre, einfach ignorieren, indem ich wiederum hier auf das gelbe Ausrufezeichen klicke und dann einfach Fehler ignorieren auswähle. Das Ganze kann ich auch für die anderen Zeilen machen und auch für alle gleichzeitig. Ich kann alle zum Beispiel auswählen, indem ich sie hier mit einem Ziehen mit meiner Maus auswähle, dann auf das gelbe Ausrufezeichen klicke und Fehler ignorieren auswähle. Das kann ganz hilfreich sein, denn wie gesagt, das tut der Funktion unseres Excel-Arbeitsplatzes hier keinen Abbruch. Die Summen waren ja trotzdem richtig hier unten. Aber gerade wenn wir diese Arbeitsmappe oder diese Excel-Datei mit einem Kollegen vielleicht teilen, dann ist der oder diejenige vielleicht irritiert und denkt sich, ja, hier sind ja überall Fehler drin. Das sieht in dem Fall einfach nicht so schön aus. Wenn wir wissen, das ist kein Fehler, das ist einfach nur Excel, das als Programm versucht, uns hier irgendwie zu helfen, aber ohne den entsprechenden Kontext einfach mit dem Datum hier etwas Falsches versucht, mit in die Summe aufzunehmen, dann können wir diesen Fehler ignorieren und das ganze Arbeitsblatt sieht dementsprechend wieder schöner aus und alles wird ohne Fehler dargestellt. Nachdem wir jetzt alle Summen hier eingetragen haben und vor allem auch unsere Gesamtsumme hinten im Feld F9, funktionieren auch unsere Prozentzahlen wieder. Das ist also genauso wie davor. Wir haben einfach nur die Art und Weise geändert, wie wir unsere Gesamtsummen für die Monate und für die individuellen Posten berechnen. Auch für unsere Gesamtsumme hier unten haben wir eine Summenfunktion verwendet, indem wir einfach nur B9 bis E9, also unsere vier Monate, hier gesamt addiert haben. An der Prozentrechnung ändert das wie gesagt nichts. Ganz zum Ende wollen wir uns noch anschauen, wie wir eine Funktion bearbeiten können und das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann entweder die jeweilige Zelle anklicken und dann hier einfach direkt in der Bearbeitungsleiste mit der Tastatur etwas anderes eingeben. Ich kann aber auch neben dem eigentlichen Inhalt der Zelle, das ja die Formel ist, mit meiner Funktionssumme, auf diesen Button wieder mit Funktion einfügen, klicken und dann öffnet sich direkt das Fenster mit meinen Funktionsargumenten, wo der aktuelle Wert eingetragen ist und ich könnte das hier entsprechend ändern, wenn ich möchte. Mit unserem kleinen Budget oder Kostenplaner haben wir schon verschiedene Funktionen von Excel kennengelernt. Wir haben eine kleine Tabelle erstellt, mit der wir die Kosten für verschiedene Posten pro Monat erfassen konnten und das Ganze dann auch zusammenrechnen. Jetzt, wenn wir weiter mit den Funktionen arbeiten, beziehungsweise auch bevor wir damit anfangen, weiter mit den Funktionen zu arbeiten, möchten wir eine kleine andere Tabelle erstellen und dabei kann man an dieser Stelle auch kurz probieren, das Ganze grundlegend einmal selbst zu gestalten und so zu sehen, wie viel man von den Grundlagen wirklich schon mitgenommen hat. Wir wollen jetzt eine neue Arbeitsmappe für eine Zeiterfassung erstellen. Ich habe hier schon eine kleine Vorlage vorbereitet. Wir sehen, ganz oben haben wir unseren Titel, nämlich Zeiterfassung und dann möchte ich einfach für fünf Tage pro Woche, nämlich Montag bis Freitag, für verschiedene Wochen, deren Beginn, wie wir hier vorne als Datum hinschreiben, meine Stunden festhalten. Ich könnte also zum Beispiel dann sagen, in der Woche ab dem 4.1. habe ich am Montag acht Stunden gearbeitet. An dieser Stelle würde ich es wirklich empfehlen, das Video kurz zu pausieren, beziehungsweise vor dem nächsten Video eine Pause zu machen und einmal zu versuchen, einfach diese einfache, kleine Tabelle ohne viele Daten selbst zu erstellen. Wir haben also hier unsere Wochentage, Montag bis Freitag und hinten noch eine Spalte Gesamt. Dann haben wir hier die vier ersten Wochen ab Januar 2021, beginnt mit dem 4.1., 11.1., 18.1. und 25.1. und können dann für jeden Tag hier eine gearbeitete Stundenzahl eintragen. Am Ende wollen wir natürlich in der Spalte Gesamt dann für die jeweilige Woche wissen, wie viele Stunden wir insgesamt gearbeitet haben und können dafür eine Formel verwenden oder noch besser die Funktion Summe in Excel. Als erstes werden wir wieder in der Zelle A1 unsere Überschrift festhalten. Das bedeutet, ich kann hier einfach, wenn die Zelle ausgewählt ist, Zeit, Erfassung reinschreiben und die Enter-Taste drücken. Als nächstes möchte ich hier meine Spalte überschreiben mit Woche ab und hier schreiben wir einfach dann das jeweilige Datum rein, ab welchem die Woche startet. Auch hier also einfach ein Textlabel mit Woche ab. Dann werden wir hier in der Reihe 5 beginnen, unsere verschiedenen Daten einzutragen und das erste Datum, wir wollen das Ganze mal für eine Zeiterfassung für das Jahr 2021 machen, das erste Datum oder der erste Montag, der dann in diesem Jahr beginnt, ist der 4. Januar, also 4.1.2021 und ich drücke die Enter-Taste. Hier nach links wollen wir dann unsere 5 Wochentage aufschreiben, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und schließlich eine Spalte für Gesamt. Das könnte ich jetzt natürlich einfach ausschreiben, indem ich sage, ich beginne hier mit Montag, dann drücke ich die Tab- oder Tabulator-Taste und schreibe Dienstag und so weiter. Es gibt allerdings noch eine einfachere Möglichkeit und hier zeigt sich wieder, was für eine schlaue Software Excel eigentlich mittlerweile ist. Ich lösche nämlich einfach mal wieder meinen Dienstag und ich habe hier nur in der Zelle B3 Montag stehen. Jetzt sehen wir, dass bei einer ausgewählten Zelle hier unten rechts so ein grünes Viereck ist und wenn ich mit meinem Mauszeiger dorthin gehe, dann sehe ich, dass es sich in dieses schwarze Kreuz oder dieses schwarze Pluszeichen verwandelt. Wenn ich jetzt klicke und meine Maus halte und das Ganze nach rechts ziehe, dann sehe ich, dass schon wenn ich bei der Zelle C3 bin, hier Dienstag angezeigt wird. Bei D3 ist es Mittwoch, bei E3 Donnerstag und bei F3 Freitag und wenn ich das Ganze jetzt loslasse, dann füllt Excel für mich automatisch diese Tage aus und ich habe jetzt also hier einfach nur Montag reingeschrieben, auf dem kleinen grünen Viereck mit meiner Maus nach rechts gezogen und bekomme direkt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag automatisch von Excel ausgefüllt. Alles, was dann jetzt noch fehlt, ist hier in der Spalte G einfach wieder meine Gesamtüberschrift hinzuzufügen, so dass wir hier dann die Stunden pro Woche zusammenrechnen können. Diese gleiche Taktik mit dem Ziehen einfach funktioniert für verschiedene Dinge, zum Beispiel für die Wochentage, aber auch für Daten. Das bedeutet, wir haben hier unseren 4.1. stehen und ich kann das jetzt auch einfach hier nach unten ziehen. Wenn ich das mache, kann man ja mal überlegen, was hier wahrscheinlich passiert und wir probieren es einfach mal. Ich ziehe nach unten und ich bekomme den 5.1., 6.1. und so weiter. Wenn ich loslasse, wird das automatisch für mich ausgefüllt. Das funktioniert also auch, da immer der nächste Tag einfach gewählt wird. Die Sache ist nur, das ist eigentlich nicht wirklich, was ich machen wollte, denn ich wollte hier ja die jeweiligen Montage, also die Woche ab dem Montag den 4.1. und dann die Woche ab Montag dem 11.1. und nicht den 5.1. Aber auch das können wir Excel sozusagen beibringen, dass das ist, was wir machen möchten. Ich lösche also einfach die falschen Daten jetzt nochmal und alles, was ich tun muss, damit Excel diesen größeren Sprung oder diesen Abstand zwischen den verschiedenen Daten erkennt, ist, dass ich ein zweites Datum hier angeben muss. Das bedeutet, ich könnte einfach in meine zweite Reihe unter A5 schreiben, 11.1.1.2021, denn das ist der Montag darauf. Und wenn ich jetzt diese beiden Zellen auswähle, indem ich einfach mit der Maus drüber dragge oder die Umschalttaste gehalten habe, dann kann ich jetzt wieder hier unten zu meinem grünen Viereck gehen, bis mein Cursor sich in das schwarze Plus umwandelt und wenn ich jetzt hier nach unten ziehe, dann sehe ich, ich bekomme den 18.1., also tatsächlich den Montag darauf. Und das kann ich jetzt hier einfach mal weiter nach unten ziehen, bis wir im Jahr 2022 sind. Also nehme ich hier als letztes Datum den 27.12.2021. Sobald ich das loslasse, wird das Ganze wie von Zauberhand für mich ausgefüllt. Und ich habe jetzt hier für ein komplettes Jahr alle Montage mit dem Datum eingetragen. Und bis ich das jetzt wirklich rausgesucht hätte aus einem Kalender und dann von Hand hier in meine Tabelle eingetragen, wäre natürlich sehr viel länger an Zeit vergangen. Wir haben also die Grundstruktur unserer Tabelle erfolgreich erstellt. Alles, was jetzt fehlt, ist, dass wir hier einfach ein bisschen Demodaten eintragen, sage ich einmal, damit wir dann auch unsere Gesamtsumme berechnen können und später neue Funktionen kennenlernen, die wir für unsere Tabelle hier anwenden können. Ich möchte jetzt einfach nur für den Abschluss dieser Challenge meine erste Woche hier ausfüllen, von Montag bis Freitag und noch die Formel oder die Funktion für unsere Gesamtspalte hier angeben. Dazu gehe ich jetzt einfach mal kurz das Ganze durch. Ich sage, am Montag haben wir acht Stunden gearbeitet. Mit der Tab oder Tabulatortaste komme ich zu Dienstag, da haben wir auch acht Stunden gearbeitet. Am Mittwoch waren es nur sieben, am Donnerstag sechs Komma fünf und am Freitag haben wir bereits nach fünf Stunden Feierabend gemacht, sodass ich also eine volle Arbeitswoche jetzt hier eingetragen habe. Jetzt kann ich meine Gesamtsumme ausrechnen und wir erinnern uns daran, wir können das machen, indem wir entweder eine Formel eingeben mit einem Gleichzeichen und jetzt alles wirklich von Hand addieren. Ich kann also hergehen und sagen, okay, B5 plus C5 und so weiter. Wir haben aber auch die einfachere Möglichkeit kennengelernt. Das bedeutet, ich schreibe einfach nur gleich und dann Summe und kann dann einfach den Bereich angeben. In meinem Fall ist das B5 und dann der Doppelpunkt bis zu F5. Dann schließe ich meine Klammer und sobald ich die Enter-Taste drücke, sehe ich, dass wir hier die 34,5 Stunden bekommen. Jetzt fällt natürlich direkt wieder das kleine grüne Dreieck links oben in der Ecke auf. Diesen Fehler kennen wir bereits. Es liegt auch hier am Datum, was ganz vorne steht, das theoretisch mit in diese Summe aufgenommen werden könnte, da es von Excel als Zahl interpretiert wird. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen wirklich nur diesen Bereich von Montag bis Freitag und ich kann dementsprechend auf dem Dropdown von meinem Fehler Fehler ignorieren auswählen, sodass das Ganze verschwindet und wir jetzt eine saubere Arbeitsplatte, ein sauberes Arbeitsblatt ohne irgendwelche irreführenden Fehlermeldungen haben. Damit sind wir wieder auf dem Stand, sozusagen, wie wir bei unserem Budgetplaner auch waren. Wir haben unsere Tabelle mit der kompletten Struktur und wir haben eine Summenfunktion, die funktioniert. Das gleiche können wir jetzt einfach noch für ein paar weitere Daten hier demo halber eintragen, sodass wir vielleicht ein bisschen mehr Informationen haben. Ich würde es allerdings wirklich empfehlen, dass man das Ganze selbst durchmacht und selbst die verschiedenen Dinge einträgt, da man nur durch die Übung einfach und das eigentliche Anwenden der Software auch wirklich besser und sicher mit der Software wird. Ich habe jetzt einfach noch ein paar weitere Daten für die nächsten vier Reihen eingetragen, sodass wir ein paar Mehrwerte haben, mit denen wir zusammen weiterarbeiten können. Und damit wollen wir jetzt eine weitere, sehr häufig benutzte Funktion von Excel kennenlernen und das ist eine Funktion, um einen Durchschnitt oder einen Mittelwert zu bestimmen. Denn ich möchte jetzt hier in meiner Zeiterfassung nicht nur für jede Woche genau wissen, wie viele Stunden ich insgesamt gearbeitet habe, was ich ja schon mit meiner Summenfunktion hier herausfinde, sondern ich möchte auch wissen, wie viel oder wie viele Stunden ich durchschnittlich pro Tag gearbeitet habe. Und das kann ich einfach mit einer weiteren Spalte hier hinten festlegen, die ich jetzt nicht Gesamt, sondern Durchschnitt nennen möchte. Dann drücke ich die Enter-Taste und das wird für mich so übernommen. Und ich möchte jetzt hier einfach für meine Woche ab dem 4.1.2021 wissen, wie viele Stunden habe ich durchschnittlich pro Tag gearbeitet. Dafür haben wir in Excel die Mittelwertfunktion. Und ich kann jetzt hergehen und im Tab Formeln in meinem Menüband schauen, okay, wo ist diese Mittelwertfunktion. Wir haben ja diese ganzen Bücher, zum Beispiel hatten wir unsere Summe bei Mathematik und Trigonometrie und ich könnte mir denken, okay, vielleicht gibt es da ja auch die Mittelwertfunktion. Ich scrolle mal runter zu M, aber bin denen nichts dergleichen. Jetzt kann ich hier natürlich hergehen und verschiedenste Bücher durchschauen, wenn man Excel schon eine Weile verwendet hat, so wie ich selber, dann weiß ich jetzt genau, okay, ich muss unter Mehrfunktionen bei Statistik nachschauen und dann werde ich bei M den Mittelwert finden. Genau hier. Das ist aber wie gesagt eine Erfahrungssache. Und ich weiß das, da ich seit Jahren mit Excel arbeite, jemand, der vielleicht neu mit dem Programm ist oder einfach noch nicht viele fortgeschrittene Themen damit behandelt hat, der weiß das nicht. Wir können das Ganze aber auch einfacher finden, indem wir hier in unserem Feld sind und dann einmal auf den Funktionsbutton in der Bearbeitungsleiste klicken oder einfach im Tab Formeln auf Funktion einfügen. Dann bekommen wir hier wieder unser Fenster, wo wir einfach Funktionen suchen können und hier kann ich einfach dementsprechend mal Mittelwert eingeben, drücke die Enter-Taste und sehe dann, dass mir verschiedene Dinge vorgeschlagen werden. Ich sehe auch gleich, dass es hier verschiedenste Mittelwerte gibt. Ich möchte aber einfach diesen ganz normalen Mittelwert. Die Beschreibung ist hier auch, gibt den Mittelwert, das arithmetische Mittel, der Argument zurück, bei denen es sich um Zahlen oder Namen, Arrays oder Bezüge handeln kann, die Zahlen enthalten. Das möchte ich hier einfach hinzufügen, indem ich auf OK klicke. Und ich sehe, dass Excel mir jetzt automatisch hier den Bereich B5 bis G5 vorgibt. Wenn ich mir das anschaue, dann ist das B5, das ist richtig, das ist unser Montag. G5 ist allerdings unsere Gesamtsumme. Und die wollen wir natürlich im Schnitt nicht mit einbeziehen. Was kann ich also stattdessen machen? Wenn ich in meinem Funktionsargumentefenster hier bei Zahl 1 bin, kann ich in meiner Tabelle das Ganze auswählen. Ich gehe also nur B5 bis F5, lasse das los, sehe, dass jetzt im Funktionsargumentefenster das korrekt übernommen wurde, der Bereich B5 bis F5. Ich klicke auf OK und dann sehe ich, dass wir hier korrekt den Durchschnitt 6,9 Stunden pro Tag für diese Arbeitswoche haben. Auch hier habe ich jetzt wieder den Fehler, da natürlich nicht alle angrenzenden Zellen entsprechend mit einbezogen wurden. Auch das wollen wir allerdings ignorieren. Kann ich ganz einfach mit dem Dropdown und Fehler ignorieren machen, sodass ich jetzt also hier den Durchschnitt von meiner Arbeitszeit in dieser Woche habe. Das Ganze kann ich natürlich für meine vier Wochen darunter auch machen. Und hier auch noch der Hinweis, auch wenn wir hier eine Funktion benutzen und keine Formel, hat diese natürlich in dem Fall relative Bezüge oder Verweise auf die anderen Zellen, nämlich einfach B5 bis F5. Wir sehen hier keine Dollarzeichen, das bedeutet, das ist alles relativ, also einfach nur von dieser Zelle ausgehend nach links. Dementsprechend kann ich meinen Durchschnitt von der ersten Woche einfach kopieren mit Steuerung C und dann darunter mit Steuerung V wieder einfügen. Und genau dasselbe kann ich für meine anderen drei Wochen hier machen. Ich bekomme natürlich bei jeder Woche diesen Fehler, dass nicht alle Zahlen mit einbezogen sind, aber kann einfach meine vier Zellen markieren, auf das Dropdown gehen und den Fehler ignorieren. Wir haben also jetzt eine zweite wichtige Funktion in Excel kennengelernt und das ist der Mittelwert. Ich wähle nochmal eine Zelle aus und wir sehen, dass das Ganze eigentlich ganz genau gleich funktioniert wie die Summenfunktion. Ich gebe mit dem gleich an, dass es sich hier um eine Formel handelt, dann kommt das Schlüsselwort Mittelwert für meine Funktion und diese Mittelwertfunktion nimmt eben auch dasselbe Argument wie unsere Summe, indem wir einfach einen Bereich von Zellen angeben, von denen der Mittelwert gebildet werden soll. Im ersten Fall ist das hier 6,9 und wenn wir die Funktion kopieren und in den anderen Reihen einfügen, dann werden jeweils die entsprechenden Zellen referenziert, hier unten im letzten Fall B9 bis F9 und wir bekommen immer die korrekten Ergebnisse für die durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag in dieser Woche. Die nächste Funktion, die wir uns in Excel anschauen wollen, ist die Anzahlfunktion, mit der wir einfach zählen können, wie viele Felder oder wie viele Zellen in einem Bereich enthalten sind oder wie viele eben eine Zahl enthalten, besser gesagt. Denn das ist genau, was wir hier in unserer Zeiterfassung damit überprüfen möchten. Ich möchte nämlich hier in der Spalte I eine weitere Überschrift zu unserem Arbeitsblatt hinzufügen und das ist Tage. Hier möchte ich also einfach festhalten, wie viele Tage habe ich in der jeweiligen Woche gearbeitet. Dazu werden wir die Anzahlfunktion benutzen. Das bedeutet, ich gehe in mein erstes Feld, nämlich I5 und ich möchte hier wieder über den Reiter Formeln in meinem Menüband eine Funktion Einfügen. Ich bekomme dann wieder meine Funktion Einfügen Fenster und hier kann ich jetzt einfach mal Anzahl reinschreiben, drücke die Enter-Taste und dann bekomme ich meine Anzahl hier direkt als ersten Vorschlag. Berechnet, wie viele Zellen in einem Bereich Zahlen enthalten. Und das ist ganz entscheidend, diese Zusatzzahlen. Warum? Werden wir gleich sehen. Ich klicke erst einmal auf OK. Sehe dann, dass wir jetzt wieder Funktionsargumente bekommen und ich möchte einfach in meiner Tabelle hier wieder von Montag bis Freitag das Ganze auswählen. Sobald ich das gemacht habe, B5 bis F5, kann ich auf OK klicken und ich sehe, dass ich hier korrekterweise fünf Tage bekomme, denn ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet und jeweils eine Stundenzahl hier eingetragen. Wir können das Ganze dann einfach wieder kopieren und für unsere anderen vier Arbeitswochen auch eintragen und wir sehen, dass wir logischerweise in jeder Woche hier jeweils fünf Tage gearbeitet haben. Und das ist ja auch genau richtig. Jetzt wollen wir allerdings sagen, in den Wochen 8.2. und 15.2. und jeweiligen Tage, die folgen, haben wir ein bisschen Urlaub gehabt. Das bedeutet, in der Woche ab dem 8.2. haben wir vielleicht Montag und Dienstag noch gearbeitet, sagen wir jeweils acht Stunden und dann hatten wir Urlaub. Und in meiner Zeiterfassung trage ich mir das einfach mit Urlaub ein. Also Urlaub, Urlaub und am Freitag Urlaub. Genauso mache ich das direkt für die Woche drunter, mit dem ab dem 15.2. Hier sagen wir, haben wir nochmal Urlaub und Urlaub, Montag und Dienstag und ab Mittwoch sind wir wieder da und haben acht, sieben und sechs Stunden gearbeitet. Sodass wir jetzt hier also zwei Wochen haben, an denen wir nicht jeden Tag gearbeitet haben. Zunächst einmal wollen wir unsere Gesamtsummen für die Stunden und den Durchschnitt wieder berechnen. Dazu kopiere ich zunächst einmal mit STRG-C aus meiner Gesamtspalte, das aus G9, füge das jeweils ein und wir sehen, dass wir hier wieder die Gesamtsumme haben ohne Probleme. Das bedeutet, obwohl wir hier theoretisch eine Summe aus Montag bis Freitag bilden, wird dieser Urlaub nicht irgendwie einen Fehler auslösen, sondern Excel rechnet mit der Summenfunktion einfach nur die Zahlen zusammen und ignoriert diese drei Felder, in denen Urlaub steht. Sodass wir hier 16 und 21 Stunden haben, jeweils korrekt für unsere Wochen. Dann wollen wir unseren Durchschnitt berechnen. Das bedeutet, ich gehe hier auf das Feld H9, drücke wieder STRG-C, um das zu kopieren. Wir sagen STRG-V, STRG-V und hier sehen wir schon mal, dass Excel als Programm, auch was den Durchschnitt angeht, relativ schlau ist. Denn wir haben hier in der Woche vom 8.2. als Durchschnitt 8 Stunden. Wir haben zwar hier insgesamt nur 16 Stunden gearbeitet an 5 Arbeitstagen, aber unsere Urlaubstage sollten natürlich in unseren Durchschnitt pro Arbeitstag nicht reinzählen. Das ist aber genau richtig, denn Excel nimmt hier nur diese zwei Achter an für den Durchschnitt und gibt uns dann korrekt 8 Stunden zurück. Und auch hier unten haben wir einen Durchschnitt von 7 Stunden, der sich nur aus den Tagen Mittwoch bis Freitag mit 8, 7 und 6 Stunden zusammensetzt. Zuletzt können wir jetzt noch unsere Tage hier auch mit STRG-C kopieren und mit STRG-V hier jeweils einfügen. Und jetzt sehen wir, dass hier dieser Teil zum Tragen kommt von der Anzahlfunktion, dass eben die Zellen mit Zahlen darin gezählt werden. Sodass wir jetzt hier auf einen Blick genau sehen können, okay, in dieser und in dieser Woche hatten wir anscheinend Urlaub, da wir nur zwei beziehungsweise drei Tage gearbeitet haben. Die Anzahl unserer Arbeitstage wird also korrekt übernommen, aber für unseren Durchschnitt werden weiterhin nur die Tage in Betracht gezogen, an denen wir eben auch gearbeitet haben, an denen wir eine Stundenzahl eingetragen haben. Sodass wir hier nicht auf einmal einen Durchschnitt von irgendwie drei Stunden nur haben, der aber nur dadurch zustande kommt, dass wir an drei Tagen nicht gearbeitet haben. Auch wenn wir uns bei der Erstellung einer Arbeitsmappe oder eines Arbeitsplatzes in Excel am Anfang gut Gedanken machen, uns überlegen, wie die Struktur aussehen soll, welche Daten, welche Überschriften wir brauchen, kann es immer mal wieder sein, dass man im Nachhinein denkt, okay, ich möchte doch dazwischen noch irgendwie etwas einfügen. Zum Beispiel kann es sein, dass ich sage, in meiner Zeiterfassungsarbeitsmappe hier hätte ich ganz gern nach jedem Monat sozusagen ein Zwischenfazit, dass ich sagen kann, okay, wie viel habe ich die Montage in den letzten vier oder fünf Wochen gearbeitet, was war mein längster Montag, mein kürzester Montag, wie waren meine Durchschnitte. Jetzt habe ich hier ja schon meine Tabelle mit den Daten komplett nach unten durch. Ich kann aber natürlich in einem Excel-Arbeitsblatt, in einer Excel-Tabelle hier auch Zeilen, also Reihen oder Spalten zwischendrin einfügen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nach meinen vier Wochen hier im Januar, bevor dann die Woche vom 1.2. kommt, einfach so ein Zwischenfazit haben, okay, wie viele Stunden habe ich an den Montagen insgesamt gearbeitet und so weiter. Das kann ich ganz einfach tun. Ich muss nur die jeweilige Reihe hier, in meinem Fall ist das die Reihe 9, vor der ich das einfügen möchte, auswählen, indem ich auf die 9 klicke. Dann sehe ich, dass die ganze Reihe hier hervorgehoben wird. Und dann kann ich einen Rechtsklick auf diese Reihe machen und Zellen einfügen, auswählen. Sobald ich das mache, sehe ich, dass ich über dem 1.2. eine neue Zelle hier bekommen habe. Ja, also eine neue Reihe, die komplett leer ist aktuell. Genauso kann ich auch ein Tastaturkürzel verwenden. Ich wähle also wieder die Reihe 9 aus und dann drücke ich auf meine Tastatur, Steuerung und Plus. Und auch das fügt mir einfach eine leere Reihe ein. Und das kann ich mit so vielen Reihen machen, wie ich eigentlich möchte. Dasselbe Prinzip funktioniert natürlich auch für Spalten. Eigentlich ist es genau dasselbe. Ich wähle eine Spalte aus, zum Beispiel H, und ich sage, ich möchte davor, also zwischen G und H, etwas Neues einfügen. Mit einem Rechtsklick und Zellen einfügen, wird das Ganze für mich erledigt. Dadurch ändert sich natürlich an der Beschriftung hier oben nichts. Das bedeutet, ich habe hier trotzdem G, H, I. Hier wird nichts Neues eingefügt, sondern alles, was danach kommt, wird einfach eine Spalte nach rechts verschoben. Die Spalte, die bis jetzt H war, ist jetzt I. Die Spalte, die bis jetzt I war, ist jetzt J. Diese zusätzliche Spalte hier brauchen wir nicht. Ich kann das Ganze also entweder rückgängig machen oder ich kann wiederum auf der Spalte H hier einen Rechtsklick machen und kann Zellen löschen auswählen. Dann wird das Ganze wieder entfernt, beziehungsweise alle Spalten, die nach rechts verschoben wurden, werden jetzt wieder nach links verschoben in ihre ursprünglichen Spalten. Damit können wir also neue Daten oder zusätzliche Daten in einer Excel-Tabelle, in einer Excel-Arbeitsmappe hinzufügen, wenn uns auffällt, dass wir vielleicht zwischen bereits eingetragenen Daten noch neue Informationen hinzufügen wollen oder einfach etwas ergänzen, das im Moment gerade keinen Platz hat. Entweder mit einem Rechtsklick auf die Reihe oder Spalte und Zellen einfügen oder mit dem Tastaturkürzel, wenn die entsprechende Reihe oder Spalte ausgewählt ist, Steuerung und Plus. Nachdem wir uns durch das Hinzufügen von neuen Reihen hier jetzt ein bisschen Platz verschafft haben, möchten wir einfach nach unseren ersten vier Wochen hier ein kleines Zwischenfazit ziehen. Das bedeutet, ich schreibe auch hier als Label einfach mal rein Gesamt. Das bedeutet, ich möchte hier in dieser Reihe jeweils für Montag bis Freitag wissen, wie viele Stunden ich gesamt an diesen Tagen im Monat gearbeitet habe. Dazu könnten wir jetzt wieder die Summenfunktion verwenden. Es gibt aber einen Teil oder eine Funktion in Excel, die das Ganze noch ein bisschen schneller macht. Und das ist die sogenannte Autosumme. Wir haben ja in diesem Kurs damit angefangen, wirklich von Grund auf zu lernen, wie wir Dinge addieren können. Wir haben zunächst einmal die Formel benutzt, haben einfach ein Gleichzeichen geschrieben und dann die einzelnen Zellen von Hand addiert. In diesem Fall wäre das jetzt also B5 plus B6 plus B7 plus B8. Dann haben wir die Summe kennengelernt und gemerkt, okay, das Ganze geht viel schneller. Wir müssen nicht jede Zelle einzeln angeben, sondern wir können einfach einen Bereich angeben. Aber auch das war immer noch ein bisschen umständlich, denn ich muss hier entweder ist gleich Summe schreiben und meine Argumente, oder ich muss das Ganze hier aus meinen entsprechenden Büchern für die Funktion finden. Ich scrolle hier, okay, bis zur Summe, kann das Ganze dann hier so auswählen. Es gibt in Excel die Funktion Autosumme. Wahrscheinlich eine der Funktionen, die die meisten Excel-Nutzer am häufigsten benutzen. Und auch die finden wir, wenn wir die entsprechende Zelle ausgewählt haben, im Reiter Formeln in unserem Menüband, nämlich hier Autosumme. Wenn ich hier jetzt meine Zelle B9 ausgewählt habe und einfach nur auf Autosumme klicke, dann sehe ich, dass das für mich automatisch funktioniert. Es wird automatisch eine Summenfunktion hier eingetragen. B5 bis B8, genau das, was ich haben möchte. Alles, was ich tun muss, ist die Enter-Taste drücken und das Ganze wird für mich genauso eingefügt. Wer es noch schneller haben möchte, der kann sogar einen Tastaturkürzel benutzen. Ich gehe jetzt also mal in meine zweite Spalte, in die Spalte C für unsere Diensttage. Und wenn ich hier oben im Menüband bei Autosumme havere mit meiner Maus, dann sehe ich schon in Klammern dahinter Alt plus Gleich. Das bedeutet, auf den meisten Tastaturen muss ich hier einfach Alt, Shift und Null halten, denn das ist Shift und Null, das Gleichzeichen. Sobald ich das mache, sehe ich, die Autosumme wird für mich eingefügt mit genau den richtigen Werten. Ich drücke die Enter-Taste und habe dann auch für die Diensttage meine Summe hier. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp, wie man einen Workflow einfach ein bisschen beschleunigen kann. Wir haben ja schon bei unseren Wochentagen und bei den Montagsdatumwerten hier gesehen, dass wir mit diesem kleinen grünen Viereck unten das Ganze relativ schnell ziehen können und für weitere Felder einfügen. Wir haben auch gesehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir so eine Summe verwenden, das Ganze für die anderen Tage einfügen können, indem wir es kopieren. Also einfach Steuerung C hier zum Beispiel und Steuerung V und dann habe ich meinen neuen Wert. Wir können das aber auch, wenn wir hier zum Beispiel die Autosumme verwenden, ich lösche mal, Dienstag und Mittwoch nochmal, genauso machen. Ich wähle also meine Zelle B9 mit unserer ersten Summe von den vier Zahlen hier aus und dann ziehe ich das Ganze einfach an diesem kleinen grünen Viereck bis Freitag durch und ich sehe, dass wir immer unsere korrechte Summe bekommen. Ich mache einfach mal testweise bei Mittwoch einen Doppelklick. Hier sollten wir die Werte D5 bis D8 addieren und das ist genau, was ich hier habe. Wir können das schließen. Bei Donnerstag E5 bis E8, bei Freitag F5 bis F8. Und so haben wir jetzt wirklich eine Möglichkeit, ganz schnell mit Hilfe der Autosumme und der Autovervollständigung, wenn wir das Ganze mit diesem kleinen grünen Ding ziehen, unsere Summen extrem schnell zu bilden. Jetzt stellt sich die Frage, warum haben wir trotzdem dann so von Grund auf angefangen und nicht einfach direkt die Autosumme verwendet? Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, wie Excel funktioniert und wie entsprechende Ergebnisse auch zustande kommen beziehungsweise wie wir sie korrigieren können, wenn sie denn falsch sein sollen. Um das zu verdeutlichen, werde ich hier nochmal die Gesamtwerte von den eigentlichen Wochen, also immer Montag bis Freitag, löschen, indem ich diese vier Werte hier auswähle, die Entferntaste drücke, dann ist das entsprechend gelöscht. Und ich kann auch für hier in meiner Zelle G5 jetzt eine Autosumme verwenden, für Montag bis Freitag. Dazu kann ich entweder hier oben die Autosumme anklicken oder ich halte wieder meine Alt, Shift und Null-Taste und habe dann hier die Summe. Und wir sehen, das Ganze ist absolut korrekt, B5 bis F5. Es nimmt nicht mal das Datum mit auf, sondern genau die fünf Werte, die wir haben wollen. Drücke die Enter-Taste und wir haben wieder die korrekte Summe. Genauso kann ich es für das Feld darunter machen. Ich drücke das Tastaturkürzel Alt, Shift und Null für die Autosumme und ich sehe genau das Richtige. Enter und wir haben hier unsere Summe. Aber was jetzt passiert in dieser dritten Zelle für unseren dritten Gesamtwert für die Wochentage, das ist der Grund, warum man einfach wissen muss, wie es unter der Autosumme funktioniert, also wie das Ganze eigentlich abläuft und wie wir es entsprechend korrigieren können. Denn wenn ich jetzt hier in diesem Feld wieder meine Autosumme bilde mit Alt, Shift und Null, dann bildet Excel eine Autosumme, allerdings nicht das, was ich haben möchte. Denn jetzt wird hier einfach die Summe aus den beiden Zahlen darüber gebildet. Und es gibt einfach so ein paar Dinge in Excel, die standardisiert sind, die einfach auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Und bei der Autosumme ist es zum Beispiel so, dass Excel zunächst einmal die Zahlen über der aktuellen Zelle verwendet, wenn dort mehrere Zahlen stehen. Bei den ersten beiden war das kein Problem, denn über G5 hier standen gar keine Zahlen und über G6 stand nur eine Zahl und wir haben stattdessen die Zahlen hier nebendran addiert. Wir können hier die Autosumme aber natürlich trotzdem verwenden. Was wir aber wissen müssen, ist wie wir diesen Ausdruck, der von der Autosumme erzeugt wird, nämlich Ist gleich Summe, G5 bis G6 verändern können. Ich kann das Ganze nämlich jetzt hier entweder eintippen und sagen, okay, nein, ich möchte bitte B7 bis F7 haben oder aber ich kann das Ganze einfach den Bereich hier auswählen. Mit der Summe noch geöffnet, ziehe ich das Ganze einfach hier so rüber und dann habe ich hier meine Summe B7 bis F7, kann die Enter-Taste drücken und das Ganze ist richtig. Genauso hier drunter. Ich klicke die Autosumme an. Wir sehen, das ist G5 bis G7. Ich möchte aber diesen Bereich hier haben, nämlich B8 bis F8, drücke die Enter-Taste und das Ganze ist richtig. Hier im letzten Feld, wo wir die Gesamtsumme der Gesamtsummen sozusagen haben, ist das Ganze wieder egal. Wenn ich hier Autosumme mache, sehe ich, dass mir hier G5 bis G8 ausgewählt wird. Ob ich jetzt diese Gesamtsumme so bilde oder so mit den Gesamtsummen der einzelnen Tage, ist in diesem Fall egal. Es kommt dasselbe raus. Wir können Enter drücken und bekommen 142 raus. Ich kann das Ganze hier auch ändern, indem ich sage, nicht B9 bis F9, sondern wir machen G5 bis G8 also wir passen das Ganze hier an, indem ich sage, G5 bis G8, drücke wieder die Enter-Taste und wir bekommen natürlich dieselbe 142 zurück. Trotzdem, dass manchmal nicht ganz das Richtige dabei herauskommt, wenn wir die Autosumme verwenden, ist das natürlich die schnellste Möglichkeit, vor allem mit dem Tastaturkürzel, mit Alt, Umschalt und Null, das Ganze einfach extrem schnell in unseren Tabellen zu verwenden, um Summen zu bilden. Denn auch wenn wir etwas verändern müssen, haben wir trotzdem schon mal die richtige Funktion direkt eingegeben und können einfach durch das Auswählen der richtigen Zellen das Ganze noch zurecht biegen. Dementsprechend ist es aber trotzdem wichtig, dass wir eben wissen, wie eine solche Funktion funktioniert, also dass uns dieser Ausdruck ist gleich Summe und der Zellenbereich einfach keine Rätsel aufgibt, sondern wir genau wissen, okay, ich kann hier einfach nur die Argumente ändern, die Parameter meiner Funktion für die richtigen Zellen und dann wird auch die richtige Summe, das richtige Ergebnis, für mich am Ende ausgegeben. Jetzt wollen wir nochmal zwei relativ ähnliche, einfache Funktionen kennenlernen. Und das ist zum einen die Funktion, um einen minimalen Wert aus einer Anzahl von Werten zu finden und einen maximalen Wert. Gleichzeitig wollen wir nochmal wiederholen, wie wir neue Zellen einfügen können und lernen, wie wir bei Problemen, also wenn wir existierende Berechnungen zum Beispiel in unserem Arbeitsblatt durch neue Zellen ungültig machen oder auf falsche Ergebnisse kommen, wie wir das Ganze dementsprechend debatten und beheben können. Sagen wir, ich möchte über meiner Gesamtzahl der Stunden für die jeweiligen Tage hier noch zwei weitere Reihen haben, einmal für die wenigsten Stunden an diesem Tag und einmal für die meisten Stunden an diesem Tag. Dazu möchte ich zunächst einmal zwei neue Reihen hier einfügen. Und wenn wir uns richtig erinnern, kann ich einfach die Reihe auswählen, 9 in meinem Fall und mit einem Rechtsklick Zellen einfügen machen. Dann habe ich hier eine weitere Zelle darüber. Genauso kann ich auch, wenn die Reihe ausgewählt ist, einfach STRG und PLUS drücken, um eine weitere Reihe einzufügen. Ich möchte hier einfach zum einen mal eine Reihe MIN und eine Reihe MAX haben. Also in dieser Reihe möchte ich dann diese sieben Stunden haben. Das sind die wenigsten Stunden, die ich am Montag gearbeitet habe. Und hier möchte ich gerne diese 8,5 Stunden haben. Und dazu können wir einfach wieder Funktionen verwenden. und das sind die MIN und MAX-Funktionen. Wir beginnen mit unserer MIN-Funktion. Und hier kann ich jetzt einfach mal, wenn ich wieder auf mehr Funktionen gehe und Statistik nach unten scrollen, bis ich zu M komme und dann habe ich hier die MIN-Funktion. Und sehe direkt auch hier schon die MAX-Funktion, die wir danach brauchen. Wie gesagt, ich benutze EXE seit Jahren und weiß daher genau, wo ich nachschauen muss, nämlich unter Statistik. Ansonsten kann man auch gerne immer den FX-Button benutzen, entweder hier in der Bearbeitungsleiste oder bei Funktion einfügen und einfach nach dem Namen der Funktion suchen. In meinem Fall wähle ich jetzt hier MIN aus, bekomme wieder ein Fenster mit Funktionsargumenten. Ich sehe hier B5 bis B8, B5 bis B8, das sieht gut aus für mich. Dementsprechend wähle ich einfach OK aus und ich sehe, dass das Ganze hier automatisch für mich eingefügt wird. Genau dasselbe wollen wir jetzt eigentlich für alle weiteren Tage hier auch machen. Und wir haben ja schon gelernt, dass wir das Ganze einfach entweder kopieren können, also ich kann hier wieder STRG-C und STRG-V machen und bekomme dementsprechend den richtigen Wert oder aber ich kann das Auto für Vollständigen nutzen, indem ich auf das kleine grüne Viereck am rechten unteren Ende gehe, bis mein Cursor sich in ein schwarzes Plus umwandelt und dann kann ich das einfach für alle Tage hier rüberziehen und ich bekomme für jeden Tag den minimalen Wert. Genau dasselbe wollen wir jetzt eigentlich für die maximalen Werte machen. Und auch hier können wir unter Mehr Funktion im Formelnreiter im Menüband Statistik auswählen und ich scrolle wieder nach unten, bis wir zu den M's kommen und wähle Max aus. Hier sehe ich jetzt allerdings in den Funktionsargumenten, dass das nicht ganz richtig ist, denn ich habe hier ja B5 bis B9. B9 ist aber mein minimaler Wert und auch wenn das in diesem Fall bei der Suche nach dem maximalen Wert keinen Unterschied machen möchte, möchte ich das Ganze doch richtig haben und ich wähle dementsprechend nur meine Felder B5 bis B8 wieder aus. Klicke auf OK und das wird dementsprechend für uns hier eingefügt. Sobald ich das gemacht habe, kann ich wieder das ganze Auto vervollständigen, indem ich von meinem kleinen grünen Viereck mit dem Plus-Button das Ganze hier rüberziehe und das entsprechend richtig für mich eingefügt wird. Entscheidend ist, was wir jetzt hier gemerkt haben, dass sich an unseren Gesamtsummen hier unten nichts verändert hat. Wir haben also hier zum Beispiel immer noch korrekt die Summe B5 bis B8. Unsere Gesamtsummen hier unten sind also richtig geblieben. Es kann also durchaus passieren, wenn ich mal etwas in meiner Tabelle neu einfüge, dass sich das ändert und dass wir hier Fehler dann bekommen, die wir beheben müssen. Zum Beispiel könnte es sein, ich möchte hier irgendetwas probieren und füge vor meiner Reihe für Min einfach nochmal Zellen ein. und ich gebe als Titel hier einfach mal Test an, sagen wir, ich möchte irgendetwas ausprobieren und schreibe für Montag hier 9 hinein. Sobald ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann sehe ich, dass wir verschiedene Dinge damit auslösen. Zum einen ist unser Maximalwert jetzt 9 und zum anderen ist unsere Gesamtsumme unten 40. Und nichts davon wollten wir eigentlich, denn unser Maximalwert war ja eigentlich der maximale Wert zwischen diesen vier Werten, die wir hier angegeben haben. Wenn ich jetzt hier allerdings einen Doppelklick mache, dann sehe ich, dass die neu eingefügte Zelle da mit aufgenommen wird. Ich kann das Ganze aber einfach anpassen, indem ich hier entweder händisch das wieder korrigiere oder ich kann auch immer diesen blauen Rahmen, der dann für mich hervorgehoben wird, bearbeiten, indem ich hier unten in die Ecke zum Beispiel gehe und mit dem Pfeil das nach oben ziehe, sodass das jetzt eben nicht mehr bedacht wird. Ich drücke auf die Enter-Taste und ich bekomme wieder korrekt meine 8,5 zurück. Genau dasselbe können wir mit unserer Gesamtsumme machen. Ich mache also auch hier einen Doppelklick darauf und ich sehe, okay, das ist nicht ganz richtig. Ich habe hier B5 bis B9, ich möchte aber nur meine eigentlichen Tage haben. Ich ziehe das hier also an der blauen Ecke nach oben, drücke die Enter-Taste und dann wird meine Testreihe hier ignoriert, denn diese Werte möchte ich ja eigentlich gar nicht darin haben. Das nur am Rand als Hinweis, also wenn wir hier irgendwelche Daten manuell eintragen, die dann die entsprechenden Kalkulationen, die wir unten haben, verfälschen, dass eben falsche Ergebnisse rauskommen, dann können wir immer mit einem Doppelklick hier reingehen und dadurch, dass wir genau wissen, wie diese Funktionen aufgebaut sind, nämlich mit dem Namen und den Argumenten, können wir hier ganz einfach das Ganze anpassen, sodass wir wieder die richtigen Werte bekommen. Ich werde jetzt meine Testreihe hier wieder löschen, das brauchen wir eigentlich in unserem Arbeitsplatz gar nicht. Ich mache also auf der Reihe 9 einen Rechtsklick und wähle Zellen löschen aus, sodass das Ganze wieder verschwindet. Nochmal ist der Hinweis auch, wenn wir hier neue Funktionen einfügen, dann wird das Ganze hier unten nicht dadurch beeinflusst, denn Excel ist schlau genug zu erkennen, okay, wir haben hier nur weitere Daten, weitere Kalkulationen eingefügt, diese haben aber mit der Gesamtsumme hier unten nichts zu tun, die sich weiter aus den Zahlen hier oben zusammensetzt. Wir können jetzt dieses Min und Max auch noch für unseren Gesamtwert machen, und für unseren Durchschnitt. Dazu kann ich wieder einfach meine letzte Zahl hier auswählen. Ich gehe in die rechte untere Ecke zu meinem Pluszeichen und ziehe das noch durch. Für die Tage können wir es eigentlich auch machen. Ich sehe also, dass wir hier als minimale Stundenzahl pro Woche 34,5 hatten und 6,9 Stunden am Tag. Die Arbeitstage waren in diesem Fall alle 5. Bei Max können wir genau das gleiche machen. Ich gehe in mein letztes Feld, mit dem Plusbutton ziehe ich das hier einmal durch und ich sehe, dass wir als maximale Stundenzahl 37 hatten mit 7,4 Stunden am Tag im Schnitt und ebenfalls 5 Arbeitstagen. Damit haben wir jetzt also noch zwei weitere, relativ häufig verwendete Funktionen von Excel kennengelernt, nämlich die Min und Max Funktion, um aus einem bestimmten Set an Zahlen die minimalen und maximalen Werte herauszufiltern. Wir haben wieder die Autofill oder Autofollständigen Funktion benutzt, um das Ganze schnell für alle Werte hier zu machen und haben gelernt, wie wir Funktionen anpassen können, wenn sie durch irgendwelche manuell nachträglich hinzugefügten Werte verändert werden, indem wir nämlich einfach wieder einen Doppelklick auf die entsprechende Funktion machen und dann das Ganze anpassen können, sodass genau der Bereich eingeschlossen wird, den wir wirklich eigentlich haben wollen. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Bis jetzt haben wir natürlich nur an der Oberfläche von Excel gekratzt, also für den Fall, dass du mehr lernen willst, dann solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns freuen, auch dich dort wiederzusehen. Und wir würden uns auf den 14-40-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-60-80-80-80-80-80-80-80-70-80-80-80-80-80-80-80.